Herzlich willkommen zu Karneval in Köln 2023. Freuen Sie sich auf Martin Schops. Beim Cyberkrieg haben wir mit deutscher Spezialtaktik aufgedreht. Wir verschicken so lange Faxe, bis dem Gegner das Papier ausjähnt. Guido Kanz. Es ist irgendwie alles anders. Wir haben letztes Jahr eine Fußball-Weltmeisterschaft erlebt im Advent. Das war, glaube ich, der erste Autokorso, der von einem Streuwagen angeführt wurde. Bernd Stelter. Ich bin ein Funk. Und die Marie, die heißt Konstanze. Ja, die Kartoffe, Karte, Danze. La 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 la, Konstanze. La 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 la. Auf den Sitzungspräsidenten. Ja, ich mach mal mal ein Beispiel. Guck mal, da hab ich jetzt auf der Falsche Sitzung auf der Vorstandssitzung und hab ich ne Suppe mit Sternchen-Nudeln, die jetzt. Ich frag mich der Hermann, oh, sind das Sternchen-Nudeln? Ich sag, ne, meine Buchstabensuppe ist Passwortgeschützt. Unter dem Motto, auf Krütz oder quer, feiern sie mit uns 200 Jahre Kölner Karneval. Applaus Sagt, ne, die ist vor, du geht der Ezel zurück in Köln. Das hätt noch keiner gesehen, so unvorstellbar schön dich. Jod organisiert, der rote Gorddachs noch gekönne. Et wo die jode Idee, von der Gepresse und die Krieg. Und niemand geht der Engel, die Ablanzer und Dicken, und der Gerät, die Dämpfernetze, Jungs und Schwinge. Es geht um den Niemann, immer langsam Niemann, die ganze Zeit der Liga ging, es geht. Die Funke sind mit Arten, die Stadt präsentiert, und Kölscher hat der Kommandeur aus Dämpferkommandiert. Es geht um den Niemann, immer langsam Niemann, die ganze Zeit der Liga ging, es geht. Da geht es vor, geht der Eze Rosenbaum nach Sturm. Alles breit, die Schöne sind von mir, wir sind mit ihm drin. Schon zig, zweihundert, ja, die Hügel hier, hey, wey, uns fast der Lauf. Wenn nicht von Möchel, ja, ja, dann stopp, hey, all schon Dramat. Ey, ich fühle, da vor den Wunschchen blick, alles hier fast der Lauf. Dramat. 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 Hetzlich willkommen zur Fernsehsitzung Karneval in Köln, des Festkomiteе Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem westdeutschen Rundfunk! Ja, in diesem Jahr feiern wir Jubiläum und daher lautet das Motto 200 Jahre Kölner Karneval auf Krütz oder quer. Und das ist ein historischer Bezug zum Lied von Emil Jülich aus dem Jahre 1905. Ja, das Motto bringt also zum Ausdruck, dass man auch in Zeiten wie diesen, wo es Höhen und Tiefen gibt, der Karneval einem Kraft gibt. Daher dürfen wir nicht nur Karneval feiern, sondern wir müssen Karneval feiern. Hier stehen die Hillie, Knechte und Mächte, die vor 200 Jahren im Jahre 1823 gemeinsam mit den Roten Funken zum ersten Kölner Rosenmontagszug berufen wurde. Und damals ging der Rosenmontagszug nur einmal um der Nümer darum. Ja, das sind die Hillie, Knechte und Mächte. Herzlichen Dank. Ja, liebe Freunde, ich darf jetzt jemanden ankündigen, der auf dem Olymp der Bühnen der Stadt Köln mittlerweile angekommen ist. Und jetzt freuen wir uns auf Martin Schops. Schöne Fasseloren zusammen. Wie ist es? Das ist die Hauptsache. Ich habe im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, so viel Spaß an dieser Session. Bin schon einige Male auf der Bühne gewesen, habe so viele Bühnenerlebnisse positiv in Erinnerung, habe in so viele fröhliche Gesichter gucken dürfen. Und da merkt man einfach, dass uns dieses Fest gefehlt hat. Und jetzt, wo es wieder gefeiert wird, merkt man erst mal, wie sehr einem das Ganze gefehlt hat. Oder? So viel Fröhlichkeit in der Stadt. Und ich habe aber im Moment auch das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der es keine Kritik gibt, die nicht in irgendeiner Form geäußert wird. Als würde einem das nicht gegönnt werden. Kein Haar, was nicht in einer Suppe gefunden werden kann. Und wenn es da kein Haar gibt, was man finden kann, dann kommt ein Depp und schmeißt eins rein, nur, um es irgendwie lautstark kritisieren, präsentieren zu können. Das geht mir im Moment in dieser Zeit ein bisschen auf den Nerv. Und ich sage das aus einem ganz bestimmten Grund. Weil genau in diese fröhliche Stimmung, die gerade bei uns hier im Rheinland herrscht, habe ich eine E-Mail bekommen, eine kritische E-Mail von einem Journalist aus Süddeutschland, der mich gefragt hat, bei all den Dingen, die aktuell in der Welt passieren, ob ich das richtig finde, dass wir im Rheinland Karneval feiern würden. Da habe ich im ersten Moment gedacht, hätte sie nie mal, was stellt ihr mir für komische Fragen? Aber dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann ist mir auch eingefallen, wo diese Frage herkommt. Einige werden sich vermutlich daran erinnern. 1991, das war die Zeit des Golfkrieges. Und da wurde aufgrund dieses Ereignisses bei uns fast der komplette Sitzungskarneval abgesagt. Da haben ungefähr nur so 40, 50 Veranstaltungen stattfinden dürfen. Und ich weiß noch, da war ich Jugendlicher, da wurde meinem Vater, eurem Rumpelstilzin, der sich in dieser Session auch bei dieser Veranstaltung sehr gerne noch von euch, von seinem Publikum hätte verabschieden wollen, das aber leider aus euch vermutlich auch bekannten Gründen nicht mehr tun kann. Dem wurden ähnlich kritische Fragen gestellt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass er damals gegen die Kritik auf die Bühne gegangen ist, habe in meinem Gedächtnis gekramt. Und da ist mir auch wieder eingefallen, mit welchen seiner typischen Reime, auf die heutige Zeit angepasst, er damals sein Statement abgegeben hat. Nämlich mit Zigmonde machen wir uns Sorge, wie jähtet Wigger und was ist mit Morge? Ist es richtig, dass das Trömmelchen jäht, wenn das Leid in der Welt immer größer wird? Auf Jahrskrise, auf Krieg, auf Infektionen, neue Mutante, Preisexplosionen. Jeden Tag in der Woche in unserem Level sind wir mit negativen Nachrichten um Jäwe. Und denen lügt die Sache, man dürfe deshalb nicht mehr fast laufen. Fiere möchte ich, wie gesagt, einmal ganz kurz meinen Vater zitiere, der damals gesagt hat, jede Woche im Jahr hat 168 Stunden. Und wenn man da vor nur fünf Stunden ans Sorge frei lache, ist das nicht verwerflich, sondern gesund. Und deshalb... Ich finde das absolut richtig, dass wir das jetzt wieder feiern. Und jetzt, wo wir das endlich wieder können, wollen, dürfen und tun müssen, müssen wir erstmal in die Thematik wieder reinkommen. Also ihr jetzt nicht, das habe ich ja gerade schon gesehen, alles fast der Laufens-Profis hier. Aber so der ein oder andere Jugendliche, habe ich gedacht, in der 11.11. Zeit hat noch ein ganz klein bisschen Nachholbedarf, wie dieses Fest funktionieren könnte. Die Armen, die machen ja, wenn die rausgehen, direkt eine Druckbetankung, die Armen, als müssten die zweieinhalb Jahre am Glas nachholen. Und das ist bei meinen Schülern kein bisschen anders. Wir waren letztes Jahr auf Klassenfahrt, habe ich eine wunderbare Einladung ausgesprochen bekommen am ersten Abend. Hey Schops, Alter, kommst du mit? Wir gehen heute Abend alle zusammen so Koma saufen. Ja, wie kann man dazu Nein sagen? Da habe ich gedacht, warum muss das immer so dermaßen exzessiv sein? Aber dann habe ich mir mal wirklich so ganz in Ruhe angeguckt, was sie da trinken und gedacht, kommen Sie mal ehrlich, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht unter uns, was die Koma saufen nennen. Das hieß bei vielen von uns hier im Homeoffice Mittagspause. Also, so schlimm war es auch wieder nicht. Es hat mir schon fast ein bisschen leid für die getan, wie schnell die betrunken waren. Ein Mon Cherie Filmriss, ne? Da waren die drei Tage später halbnackt mit Tattoo im Gesicht neben dem Tiger auf. Ist allerdings auch erst ein sechstes Schuljahr, muss ich dazu sagen. Und du kannst es ja auch nicht mehr überspitzen, was du von den Schülerinnen und Schülern für Antworten bekommst. Ich würde euch gerne Witze erzählen. Ich kann es nicht, denn ich kann die Realität nicht mehr überzeichnen. Politik, was haltet ihr von Nord Stream 2? Keine Ahnung, Digga, habe ja nicht meinen ersten Teil gesehen. Gesellschaftslehre, was ist die Hauptaufgabe von deutschen Bauern? Weiß ich, die arbeiten beim Fernsehen und suchen Frauen. Ja, ich habe Schüler, die sind der Meinung, die Amazonen wären weibliche Paketboten von DHL. Das ist schwierig zu überzeichnen, aber ich möchte jetzt auch gar nicht über die Jugendlichen herzeln, die können am Ende ja auch nichts dafür. Ich will offen sein, es gibt eine Spezies, die ist noch viel, viel schlimmer als schon mal ein schwieriger Schüler. Das sind die bekloppten Eltern von diesen schwierigen Schülern. Und davon gibt es auch einige. Und das fängt schon relativ früh an, dass sie den Steinen in den Weg legen, und zwar mit der Namensgebung. Da gibt es ja wirklich Eltern, die geben ihren Kindern Namen, die können die armen Pens selber nicht aussprechen. Eine Kollegin von mir arbeitet an einer Grundschule, die hat mir mal erzählt, die machen am Anfang, wenn das neue Schuljahr anfängt, immer so eine Vorstellungsrunde. Da stand so ein kleines I-Dörtchen vor ihr und hat gesagt, hallo, ich bin der Brutzeli. Hat die da wie jetzt, die Bratwurst von Wiesenhof? Nicht Brutzeler, Brutzeli. Hat in der Klassenliste nachgeguckt, den gab es wirklich. Und der hieß nicht Brutzeli, der hieß Bruce Lee. Und ich glaube, wir tun denen damit keinen Gefallen. Die internationalen Topstars, die sind an der Stelle ja noch bekloppt. Die benennen ihre Kinder nach dem Geburtsort des Kindes, Zeugungsort des Vaters, Lieblingsfrucht der Mutter oder sonst irgendwie sowas. Und Ed Sheeran hat das Ganze für mich auf die Spitze getrieben. Der hat seine Tochter Lyra, Antarktiker, Seaborn genannt. Also Lyra, die Lyrische, weil er das Lyrische liebt. Antarktiker, weil sie in Antarktis gezeugt wurde. Und Seaborn, weil es eine Wassergeburt war. Und als ich das gelesen habe, habe ich das Einglück, dass mein Kumpel Mattis das nicht gemacht hat. Sonst hieß der Kleine von dem heute Saufen-Nippe-Zangen-Geburt. Und ich selber, ich habe auch zwei Kinder, die haben jetzt nicht ganz so schwierige Namen. Und wenn wir die Oma zusammen knapp drei Jahre zurückdrehen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so die Anfangszeit in der Pandemie mit denen, so dieses enge Zusammenleben mit der ganzen Familie im ersten Lockdown, und das habe ich sehr genossen, so die ersten zwei Stunden. Dann wurde das doch sehr anstrengend für alle Beteiligten. Wobei meine Tochter, die ist jetzt 16, voll in der Pubertät, die habe ich selten zu Gesicht bekommen. Denn als ich jetzt öfter zu Hause gewesen bin, habe ich festgestellt, ein Pubertier geht nicht mehr aus dem eigenen Zimmer, es sei denn, es hat Hunger. War mal jemand im Zimmer von so einem Jugendlichen, geht da nicht rein. Ich glaube, das ist der eigentliche Grund für die Erfindung der FFP2-Maske. Das ist, da kriegen Hausstaub, Milben, Asthma. Ich finde, so ein Besuch im Zimmer von so einem Jugendlichen kann man auch ein bisschen vergleichen mit einem Besuch bei Ikea. Willst du auch eigentlich noch mal ganz kurz reingehen und gucken, kommst du trotzdem wieder mit vier Tellern, sechs Schüsseln, acht Handtüchern und noch ein bisschen Kleinkram. Das ist Wahnsinn. Und du kannst ja auch in so ein Zimmer von einem Jugendlichen reingehen, der Mensch, der darin wohnt, der kriegt das nicht mit, egal wie klein dieses Zimmer ist. Weil die den im Alter damit beschäftigt sind, auf Bildschirme gucken zu müssen. Das macht mich wahnsinnig, hat aber auch wieder Vorteile. Wenn man mal an so eine Urlaubsfahrt mit dem Auto früher zurückdenkt, sind einem die Kinder teilweise auf den Nerv gegangen. So, wann sind wir da? Mir ist langweilig, ich muss mal was, noch nicht mein frechen Nord. Heute drückst du den entspannt ein iPad in die Hand, hast du Ruhe, kannst du fahren, kriegst du von der Rückbank nichts mehr mit. Aber die kriegen dann auch nichts mehr mit, ist mir aufgefallen. Wir sind letzten Sommer zusammen mit den Kindern nach Südtirol gefahren. Italien, Kinder sich in Köln ins Auto gesetzt, iPad geschnappt, Kopfhörer auf, sind wir losgefahren. Von dem Moment an waren die aus. Komplett aus, die haben nichts mehr mitgekriegt. Wir mussten die irgendwann so aus dem Auto raus zerren. Und dann kriegst du auch so eine Frage gestellt wie, hä, krass, sind wir schon in Italien? Dann sagst du, was? Ne, Kind, da waren wir jetzt zwei Wochen, der Urlaub ist vorbei, wir sind wieder zu Hause. Wir kriegen echt nichts mehr mit. Und man sagt ja auch immer, und das stimmt auch, an den Pens sieht man, wie die Zeit vergeht. Ich weiß noch, als meine Tochter klein war, so drei, vier Jahre, da hab ich die immer noch ins Bett gebracht und so Geschichten erzählt, bis sie eingeschlafen ist. Wenn das mal nicht funktioniert hat, hab ich mir die Gitarre geschnappt, mich zu ihr ans Bett gestellt, Schlaflieder gesungen, bis sie eingeschlafen ist. Ich mein, ich geb's zu, ich mach das ab und an immer noch, aber ja, irgendwie nicht mehr dasselbe jetzt, wo ihr Freund immer daneben liegt. Der Lappen da, der ist auch 16. Am Anfang war ich überhaupt nicht einverstanden, mittlerweile denk ich, ich komm ja fast froh sein, dass wir noch einen in ihrem Alter gefunden haben. Denn der Trend bei jungen Männern ist mir aufgefallen, geht nach dem Vorbild von Tom Kaulitz zu älteren Frauen. Das ist bei meinen Schülern auch ein großes Thema. Ich hab mal Gespräche am Schulhof mitbekommen, standen Marcel und Nico zusammen, beide 18 Jahre Originalgespräch. Hey Marcel, Alter, ich hab jetzt so eine neue Freundin, die ist schon 48 Jahre alt, jetzt bist du dran. Tschüss, Respekt. 48 Jahre, Digga, das ist voll alt, das übernehmen wir wie alt, das ist 48 Jahre, das könnte ja deine Mutter sein. Originalantwort von Nico, ich weiß, ist aber deine. Ja, willkommen in meinem Leben. Und da merke ich natürlich auch, wenn ich mit der nächsten Generation rede, auch wenn ich über die rede, dass ich älter geworden bin. Dass da mittlerweile mindestens eine komplette Generation zwischen ist und das ist mir auch bei uns im Freundeskreis aufgefallen, dass wir alle älter geworden sind. Ein Freund von mir hat sich jetzt zuletzt ein neues Auto gekauft mit einem Seniorennavi drin, meinte, das wär total super, das wird er mir auf jeden Fall auch empfehlen. Ich weiß nicht, kennt ihr das, Seniorennavi? Meinte, das wär total super, das sagt dir nicht nur den Weg zum Ziel, sondern auch, wenn du angekommen bist, was du da wolltest. Da gingen die ersten Bestellungen los hier, ne? Da hab ich gedacht, das ist eine pfiffige Idee, das könnte ich auch gebrauchen. Denn ich bin mittlerweile tatsächlich in diesem Alter angekommen, wo ich mich voller Demut freue, wenn ich in den Keller gehe und noch weiß, was ich da gewollt habe. Und wenn ich das mal wieder vergessen hab, dann bring ich mir halt einfach eine Flasche Bier mit hoch, damit das oben keinem auffällt, ne? Das wiederum irritiert dann allerdings den Rest der Familie am Frühstückstisch. Und wenn du dieses Alter als Mann erreicht hast, da weißt du, Mist, jetzt wird es Zeit zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Und das machen wir Männer ja nicht gerne. Wir gehen nicht gerne zu Ärzten, das ist uns irgendwie so unangenehm. Und ausgerechnet in dieser Phase meines Lebens hat auch noch mein alter Hausarzt seine Praxis aufgegeben, hat eine Ärztin übernommen, ja, eine Frau Dr. Bachmann. Und als ich so im Wartezimmer gesessen hab, hab ich gedacht, der Name, der kommt mir so bekannt vor. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Ich habe 1994 zusammen mit einer Melanie Bachmann auf dem Geno-Fefer-Gymnasium in Köln-Mühlheim Abitur gemacht. Und die war so ein richtiger Schuss, so lange dunkle Haare, smaragdgrüne Augen, schöner dunkler Tarm, Modelfigur. Hab ich ja, boah, jetzt stell dir mal vor, das wird deine neue Hausärztin. Da wurde ich aufgerufen, ins Praxiszimmer gegangen, hab gedacht, boah, das ist sie nicht. Auf gar keinen Fall. Wie soll ich sie beschreiben, ohne mich unbeliebt zu machen? Es stand vor mir eine ältere Dame, kurze graue Haare, blass, ich sag mal, die ein oder andere Falte im Gesicht. War jetzt nicht unattraktiv, aber sag mal, doch viel zu alt für die Melanie. Aber ich hab gedacht, mein Gott, wir werden alle älter, vielleicht ist es trotzdem, vielleicht hat es jetzt auch einfach nicht so viel Glück gehabt wie ich. Ich sag, was denn? Ich sag, darf ich mal eine persönliche Frage stellen? Klar, schießen Sie los. Auf welcher Schule sind Sie damals gewesen? Geno-Fefer-Gymnasium Köln-Mühlheim. Ich sag, ach, man haben Sie Abi gemacht? 1994. Ich sag, das gibt's doch gar nicht. Melanie Bachmann, na klar. War es ja damals bei mir in der Klasse, erkennen Sie mich nicht mehr? Hier, guckt sie mich an und sagt, nee, tut mir leid, Ihr Gesicht sagt mir jetzt nichts, aber welche Fächer haben Sie denn damals unterrichtet? Ja, verdammt lange her. Ich mach mir jetzt schon einige Jahre sehr viele Gedanken darum, nicht nur, wie sich die Welt verändert hat, sondern ich frage mich auch immer wieder bei all diesen Veränderungen, wie geht's weiter? Wie sieht es bei uns wohl aus im Jahr 2040? Und meine Gedanken dazu habe ich ja fast schon traditionell in einem Zukunftskrätzchen zusammengefasst. 2040, Coronavirus endlich fort, dennoch traurig, 80 Prozent der Ehen kaputt, durch das plötzliche Ende der Maskenpflicht, sahen viele zum ersten Mal dem Partner sein Gesicht. Manche Männer guckten jahrelang so ungenau, merkten jetzt erst, das ist ja ja nicht meine Frau, glaubte man das am Scheidungsgericht? Nein, leider nicht. Clemens Tönnies wurde zum neuen FIFA-Boss gekürt, wusste von Berufswehen, wie man einen Laden voller Schweine führt. Für euch hab ich auch einen. Kardinal Woelki hat sich in Karnevalsorchester gefuscht, direkt wie der Russieflore zu oft vertuscht. Karl Lauterbach hat Umschulung vom Virologen zum Urologen gepackt. Jetzt jäht er den Menschen auch körperlich auf den Sack. War seine Zielgruppe diesmal jans dicht. Wehen der Gaskrise feiern war Weihnachten bettelarm. Und die Drussi schracklet, nur jedes sechste Fändchen wird noch warm. In Berlin wird von Idee zu Energieeinsparung geschwärmt. Kompletter Bundestag wird mit heißer Luft von Christian Lindner erwärmt. In Köln setzt KVB auf Solarenergie. Busse fahren prima, nur die U-Bahn köht nie. Bedachte man das nötige Sonnenlicht? Bei der Bundeswehr immer noch Mangel an Personal und einsatzfähigem Kampfmaterial. Vorschlag der Lehrer, ihr Werk schafft, tut euch Schüler aus sozialen Brennpunkten beschaffen. Die haben Kampferfahrung und funktionierende Waffen. Beim Cyberkrieg haben wir mit deutscher Spezialtaktik aufgedreht. Wir verschicken so lange Faxe, bis dem Gegner das Papier ausjähnt. Hat unser Geheimdienst Putins nummer rausgekriegt? Nein, bleibt er doch nicht. Die grüne Regierung hat uns sensibilisiert und geweckt. Jetzt sind wir politisch und sprachlich überkorrekt. Es heißt nicht mehr nur Bio-Freiland-Ei, sondern das Ei war von der Henne gewünscht und der Hahn bei der Geburt mit dabei. Ist mich selbst so doof. Korrektheit auch bei Ferrero-Küsschen. Kommen jetzt Gender-Neutral-Jans ohne Nüsschen? Krämer noch und Prometa-Dotter-Disch? Nein, bleibt er doch nicht. Habe ich noch eine aktuelle Nachricht aus der Politik für euch. Die Landesregierung ließ uns wissen, hinter Lützerath wird nicht weiter abgerissen. RWE gelang der große Wurf. Braunkohle-Fund unter Düsseldorf. Schön, diese Eiligkeit. Für die Zwangsräumung suchte man Freiwillige aus der Region. Aus Köln kommt spontan ein ganzer Million. Hatte der Plan Erfolg aus Sicht? Nein, aber nicht. Ich komme noch zum Sport. 2040 Pokalfinale in Berlin. Bayer Leverkusen. Egal gegen wen. Ob Sandhausen, Meppen oder Fürth. Ihr wisst alle schon, wer Zweiter wird. Sämtliche Bayer-Fans aus dem Rheinischen Kreis kamen verteilt auf zwei Smarts an ihr Reis. Haben sie die wenigstens voll gekriegt? Nein, ich glaube auch eher nicht. Tatsächlich ein Leverkusener hier vorne. Und wo ist der andere? Da ist der andere, schön. Ich weiß, mit welchem Auto ihr seid. Zum Abschluss habe ich noch eine traurige Nachricht für alle Herren im Saal. Wir haben in Zukunft leider nicht mehr allzu viel zu kamellen. Im Weltall haben mittlerweile die Frauen nicht Saren Erster Blötsch am großen Wagen. Doch was Altastrologe noch mehr schockiert, der kleine Bär ist wegrasiert. Wird noch schlimmer. Auch um die Verweiblichung der Sprache gab es ein Riesengetöse. Aber da ist mir kein Reim eingefallen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes singen. Ich bin in der Zeile verrutscht. Ich setz noch mal. Fasten laufen wird jetzt zu den International Show-Events. Deshalb heißt Stippe-Fütsche jetzt Cologne-Backside-Rubble-Dance. Denn Nubbel heißt jetzt Hanging-Doll aus Burning Hoy und eine junge Frau Never-Touched-Transgender-Boy Eine Damensitzung am Land mit nur einem Clou heißt Ladies Night with After-Show Nur zwei wird überstanden der ganze Klav Cologne Ja, lieber Martin, Vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Nimm du den Orden des Festkomitees entgegen. Dreimal von Hetze. Köln! Martin Schops! ARD! Herzlichen Dank! Macht gut! Ja, liebe Freunde, jetzt fang ich mal an zu rappen. K-A-S-A-Doppel-L A-Fünf Bekloppte aus dem Stadt mit K Hier geht Kassala! Ihr Lieben, wir haben euch ja ein neues Lied mitgebracht und da geht es im Prinzip darum, dass es ein bisschen wie nach Hause kommen ist, dass wir endlich wieder alle miteinander singen können. Da wäre es ein bisschen merkwürdig, würden wir das auf der Bühne tun. Deshalb würden wir das gerne mit euch da unten gemeinsam machen, wenn ihr noch ein Plätzchen für uns frei hättet. Natürlich nur. Wir haben natürlich keine Karte im eigentlichen Sinne gekauft für diese Veranstaltung. Ich müsste mir ganz kurz diesen Stuhl ausleihen, aber ich bin in vier Minuten auch schon wieder weg, versprochen. Wunderschönen guten Abend auch nach da hinten. Schön, euch zu sehen. Und wir würden gerne was singen über was, was weniger ein Ort ist, sondern viel mehr ein Gefühl. Sing mich nach Haus. Sing mich nach Haus. Sing mich nach Haus. Da probiotisch bin ich mit fort. Und werdet mir kommt was kaputt. Da probig ich etwas sich anfühlt wie als Kind Pär doch mal. Macht das Licht noch mit uns, damit ich schlaufe kann Und dann hilft mir mein Knurrelein Das Gefühl, das mich einer versteht Und wenn ich die Tür, dann weiß ich, das irgendwie ist Komm und sing mich raus Mare du fern in der Brust Bitte nimm mir die Angst und der Frust Sing mich raus, sing mich raus Komm und sing mich raus Sag mir, da wird all' jod weder am Schluss Blend die Welt für'ne Unruppleg und Sing mich raus, sing mich raus Komm und sing mich raus Mare du fern in der Brust Bitte nimm mir die Angst und der Frust Sing mich raus, sing mich raus Komm und sing mich raus Sag mir, da wird all' jod weder am Schluss Blend die Welt für'ne Unruppleg und Sing mich raus, sing mich raus Bitte sing mich raus Bitte sing mich raus Bitte sing mich raus Vielen Dank Dankeschön Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Sehr, sehr freundlich von dir Vielen Dank Dankeschön Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder Lass mal springen Mein Mann ist die Stadt mit Kars Sie ist laut, trinkt für uns schwarz Auch sie ist schnell, er war immer jahrlos Sie ist kein Modell, er war Südjahrlos Hey Mann, wir sind schwer in Le Dinker Perl, Dinker Fluss, singen Schwab Carleval, Ötjantio Und freust mich, ey, na wo küsst du dann her? Dann sag ich, ich komm aus dem Dorf und der Dorf Wie schwarz an du, ja wo küsst du dann her? Ich komm nicht aus Amerika Ich komm aus der Stadt mit Kars Ich komm aus der Stadt mit Kar Shalalalala Aus der Stadt mit K Aus der Stadt mit K Schalalalala, schalalalala Links, zwei, drei und springe Ich komm aus der Stadt mit K Schalalalala, schalalalala Schalalalala, schalalalala Schalalalala, schalalalala Schalalalala, schalalalala Dankeschön, sagt Kasala Marius, tschüss zusammen Vielen, vielen Dank Und lasst uns mal ausrufen Auf Kasala, drehen wir von Etze, Köln Kasala Kasala ARD 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 Dankeschön Matetiot Der Kölner Karneval oder Karneval allgemein ist meistens so ein bisschen Männerdominiert Insofern sind wir froh euch jetzt eine Rednerin präsentieren zu können Und hier heute auf der Bühne Agnes Kasulke Ja, Hallöchen zusammen Ach Leute, ist das schön Endlich dürfen wir wieder zusammen feiern Was tut unseren Seelchen das gut Und dann hör mal, hatte ich jetzt tatsächlich zwei Jahre Zeit Um für euch noch schöner zu werden Ich hatte aber auch zwei Jahre Zeit Um für euch noch mehr Glitzer auf die Kittel Schürze zu nähen Deswegen bin ich heute extra nur für euch Von Kopf bis Fuß auf Glitzer eingestellt Ja, dat is meine Welt Und sonst gar nichts So, jetzt hab ich schon die erste Gänsehaut Hör mal Und wir können doch ja nicht genug Glitzer haben, oder? Mittlerweile ist es ja so ein Festjag das nächste Gott sei Dank wieder Angefangen hat der bunte Reigen Mit den drei Tagen Fußball-WM Ja, ja, mehr war es ja nicht, ne? Hör mal Dann kam ein bisschen Weihnachten Direkt gefolgt von der Dart-WM Hör mal Und dann endlich unser geliebter Karneval Und der ist in diesem Jahr ganz besonders, weil 200 Jahre Kölner Karneval Da haben wir doch mal allen gezeigt, dat wird können Ich hab eben unten noch zwei Gründungsmitglieder gefunden, ne? Ne? Ja Ne, und dann kam Weihnachten ein bisschen, Leute Und dann kam de Dart-WM Da muss ich ja sagen, großer Sport, ne? Ganz großer Sport Also was diese Sportart Alleine an körperlichen Voraussetzungen von den Athleten fragt, ne? Ist unglaublich Als erstes brauchen die mal einen gepflegten Bierbauch Ne? Zum Ablegen von mindestens drei Pfeilen, ne? Dann einen ausgeprägten Wurfarm Ich mein, den hat sich der Mann im allgemeinen im jahrelangen Training beim einarmigen Reißen angewöhnt, ne? Ja, ich weiß ja wovon ich spreche, Leute Meine Erwin ist mit seinen Kumpels auch in einem Dart-Club Die Jungen nennen sich spitz und feilschnell Das ist im Prinzip genau wie zu Hause, wenn sie spitz sind, geht das meistens auch feilschnell Ne? Nein 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 Weißt du? Und jetzt denkt ihr auch, was erzählt die denn da von wegen Bierbauch? Drei Pfeile ablegen und selbst hat die ne Hinter und wo ne ganze Dartscheibe drauf passt Leute, das habt ihr richtig gesehen? Ich habe zugelegt Ja 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 Kam hier eben rein, weißt du? Unten an der Treppe, der steht dich mit der Liste zum Abhaken Der Typ guckt mich von oben bis unten an Er seht der Vorname Ich sag Achnes Zunahme Ich sag Jut Ich sag Et wird ein Kilo pro Monat gewesen sein Ne? Ungelogen, Leute Ich habe letztens nochmal versucht in meine Vor-Pandemie-Leggings reinzukommen Ich sag et mal so Wenn ich die anhabe, dann brauche ich keine Kompressionsstrümpfe mehr Ne? Aber wir hatten ja auch nichts, wo wir uns mal vergleichen konnten Mensch, uns ist das ganze Brauchtum doch flöten gegangen Kein Sommerbrauchtum, kein Winterbrauchtum Wisst ihr wie froh ich war, dass ich im Sommer auf das erste Schützenfest wieder gehen konnte? Hör mal herrlich Und dann kommt so ein Tamborchor einmarschiert Dann ziehen die ein Und dann ist immer dieser eine bei so einem Tamborchor Der eine, der so ein bisschen mehr ist als die anderen Ist meistens der mit die dicke Tromm Herrlich Ja, aber auch dieser eine hat dann die weiße Uniformhose an Wie sag ich? Das geht vorsichtig Guido Maria Kretschmer würde sagen, die Hose tut nichts für dich Da muss ich sagen und dann lobe ich mir unser geliebtes Winterbrauchtum Wenn dann wie gerade hier im Kölner Karneval so ein stolzes Tanzchor einmarschiert Ne? Mit diesen straffen Oberschenkeln In diesen engen weißen Hosen Da siehst du auch, wenn Sympathie im Spiel ist Ne? Ja Es ist ja, wie gesagt, es ist nicht leicht Es ist nicht einfach Ich hab das zu Hause selber erlebt mit meiner Erwin Der hat sich sowas von gehen lassen, muss ich sagen Der hat das Maß mit der Alkohol so verloren Ich sag, es kann jetzt nicht wahr sein, dass du schon wieder besoffen bist Da seid ihr halt im Mund des Strafe genug, dass ich dich doppelt sehe Nee, nee, du Am nächsten Tag ist Monsieur aber schon wieder angeschickert Kommt in die Küche, seid ihr Achnes Was hältst du davon, wenn ich dir jetzt an die Wäsche gehe? Ich sag, bitte, da vorne steht das Bügelbrett Ja Oh, da war er beleidigt Ab jetzt wasch ich meine Wäsche alleine Nächsten Tag der Hilferuf aus der Waschküche Achnes, mit welchem Waschprogramm muss ich das T-Shirt waschen? Ich sag, Erwin, was steht denn drauf? Ja, seid ihr die Flippers? Nee, du Haushalt ist nicht seine Kernkompetenz Letztens hantiert Monsieur in der Küche Auf einmal klirdet Mist, jetzt ist mir die Tasse runtergefallen Ich sag, Moment, ich komm mit der Besen Das Stück kann sich ja wohl laufen Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ganz schön frech, oder? Frech sind sie diese Männer, aber Leichtgläubig sind sie auch Ja, müsst ihr euch wegtun, haben jetzt Schwedische Forscher In einer Studie festgestellt Dass Frauen, die ohne BH joggen Längere Brüste kriegen Leute, dafür haben die studiert, das ist kein Witz Also Frauen, die ohne BH joggen bekommen längere Brüste Bei uns auf der Straße Direkt ein paar ganz pfiffigen Nachbarn Haben jetzt angefangen ohne Unterhose zu joggen Mein Gott, das nimmt ja Ausmaße an mit diesen Stromkosten Bei uns im Ort haben sie jetzt die Eishalle schon zugemacht Bei uns im Schwimmbad wird jetzt aus Kostengründen Bei uns im Schwimmbad 5 und 6 nicht mehr befüllt Ja, das ist wirklich so, das nimmt Ausmaße an, die machen keinen Spaß mehr Leute, ganz im Vertrauen, eine meiner engsten Freundinnen Ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen Aber die Erika Die hat so viel Angst vor ihrer nächsten Stromrechnung Die ist jetzt von ihrem Vibrator wieder auf ihren eigenen Ehemann umgestiegen Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ich hier stehe mit zitternden Knie Aus lauter Angst Weil du ja hier oben alles falsch machen kannst Du weißt ja nicht, was gestern noch erlaubt war Das darfst du vielleicht heute schon nicht mehr sagen Ne? Das sind ja komische Zeiten, oder? Das sind Zeiten, wo du für ne Klebepistole schon ne Waffenschein brauchst Denn jetzt, ne? Das ist Wahnsinn, dann stehe ich hier oben Und ganz ehrlich, wenn zu mir jemand lecker Mädchen gesagt hat Dann habe ich das noch nie als sexistisch empfunden Das war viel zu selten, hör mal Ne, du Dass sie sich darüber aufregen können Also wenn sie hier ne Veganer über die Blutwurst beschwert hätte Hätte ich ja noch verstanden Aber so, ganz ehrlich Ne, dann stehe ich hier permanent Und habe Angst, dass ich falsch Gendon tue Also, liebe Elferath-Innen Liebe Musiker-Innen Liebe Jäck-Innen und Außen Sedelt mir bitte nach Aber für mich ist und bleibt Gendon Wenn der Ossi mit dem Boot umkippt Vielen Dank Vielen Dank Auf Achnes Kasulke, Dränger von Hetze Herzlichen Dank Ja, liebe Freunde, ich darf jetzt ankündigen Die Mutter aller Kölschen Bands Hier sind die Blackfills Und fangen wir an, Herr Hopperten Wir fangen ganz klassisch an Das kennt der All, das jede Such Der Allemann steht für der Wirtschaftstür Der so jähnens einen Trinken denkt Doch, hey, Hit, Filze bin ich jetzt So lange, hey, oft zählt In der Wirtschaft ist die Stimmung groß Er war keiner süd, der alle Mann Doch da kühlt einer mit dem Bier Er sprich ihm einfach an Trink doch einer mit, stell dich nicht so an Du stehst hier die ganze Ziggelrück Hässt du auch kein Geld, das ist ganz egal Trink doch mit und kümmer dich nicht drin Trink doch einer mit, stell dich nicht so an Du stehst hier die ganze Ziggelrück Hässt du auch kein Geld, das ist ganz egal Trink doch mit und kümmer dich nicht drin Du stehst hier die ganze Ziggelrück und ich ein Boot in meiner Mutterstadt. In meinem Himmelbett red ich vom Pieter hier weg und pflanze paar Blömschen im Treppenhaus. Und bei Dorn hab ich mir so ne Deck und von Dorn ans Köln hier den Blick. Wenn ich vom Inko verbrumm, log ich ne Hals, bei Dorn über 500-Stufen-Hus. Ich hab letzte Nacht geträumt, in der Angst hab jeden Mut frei. Große, finster, helle Röme, die schönste Wohnung in der Schweiz. Im letzten Stock, um ab Liebe Jungs, mit Maus ich vom Balkon. Ja, da bin ich gut frei, da hab ich letzten Nacht geträumt. Letzten Nacht geträumt. Ja, ich wohne in der Altgabern am Orkaliplatz. So ist noch jo den Schuss und kaum zerkratz. Der Fassade restauriert von einer Frisch renoviert. Und Kloster 4 steht jetzt an Minger Tür. Jeden Tag komm ma he de Münche hin, und aus aller Welt nur in den Bus für Sinn. Wenn dann der Euler klingt und der Engel Kurs singt, fühlt sich an als wärmer dem Himmel noch. Jeden Tag geträumt. Ja, ich hab letzte Nacht geträumt. In der Angst hab jeden Mut frei. bloß ein witzender, heller Rücken die schönste Wohnung in der Stadt im besten Stock und am lieben Gott mit Aussicht vom Balkon ja, da bin ich Mut frei da tat ich letzte Nacht geduld ja, da bin ich Mut frei da tat ich letzte Nacht geduld letzte Nacht geduld Vielen Dank, Dankeschön Das sind die Blackfills Applaus Thema von Hetze, Kölle Blackfills Festkomitee Herzlichen Dank, Mardetiot Applaus Ich darf euch ankündigen sozusagen meinen Kollegen nämlich den Sitzungspräsidenten Volker Weininger Ja, lieben Herren Lieb Jeckel ich freue mich total dass ich heute Abend hier bei euch im Gürze nicht sein darf endlich wieder normale Menschen im Jeckel Applaus Nein, weil ich weiß ja nicht wie es aussieht aber ich hab wirklich das Gefühl egal wo man im Moment auf der Welt hinguckt wir haben da überall nur noch Verrückte und Bekloppte auf der ganzen Welt oder? die ganze Welt Bekloppte aber wenn man ganz ehrlich ist da haben wir nicht nur auf der Welt haben wir nur noch Bekloppte auch direkt um einen rum Guck mal meine Tante zum Beispiel meine Tante ist jetzt 80 und ich sag letztens und ich sag jetzt dürfen bei uns so ja schon zwei Männer heiraten das ist doch von der Natur nicht gewollt ich sag ja dein Herzschritt mache auch nicht Knaller auf jeder Pfarrsitzung Jedenfalls Vielen Dank mal einen riesen Applaus für den Harald an der Stelle Gibt so viele Selbstdarsteller im Karneval Jedenfalls Ich muss vorsichtig sein Nein, aber ich finde ja Liebe Herren, wir waren gerade in diesen Zeiten gerade in diesen Zeiten da soll man sich doch nochmal über die schönen Dinge im Leben freuen Guck mal, ich hab zum Beispiel im Lockdown habe ich angefangen zu kochen Ye static Na, ich hab zum ersten Mal eiligör gemacht Und dann muss ich euch an der Stelle um nur paar Ängste nehmen »Schöne Eiligör ist überhaupt kein Hexenwerk« Was brauchen Sie denn für ein schönen Eiligör? Für ein schön Eierigör braun das ist ganz wichtig Jute Flasche Doppelkorn, acht Bio-Eier, und dann die Eier weglassen. Nein, aber am besten ... Müsstet euch mal hören. Nein, aber zum Glück, liebe Herren, zum Glück sind viele Sachen wieder möglich. Zum Beispiel im Sommer haben wir endlich unsere legendäre Bierbörse gemacht, weil sie direkt bei unserem Sportplatz an der Harald-Junke-Kampfbahn. Ja, ist schön vor Fachpublikum zu sprechen. Und ganz wichtig auf der Bierbörse, du brauchst vorher eine ordentliche Grundlage. So, das wissen die jungen Leute heute oft ja nicht mehr. Weißt du, seht ihr bei meinem Neffen? Mein Neffen, der ist 16, nur am Chillen. Sternzeichen kein Bock. Nein, sag mal, der ist nicht doof. So ist es nicht. Der hat matten Leistungskurs. Das heißt, der ist im richtigen Leben völlig hilflos. Er kann ja den Flächeninhalt von seiner Tiefkühlpizza exakt berechnen, schiebt das Teil dann aber mit der Plastikfolie in den Ofen rein. Das ist nicht mein Humor. Ja. Das ist nicht mein Humor. Jedenfalls... Komm, du Männer-Hauser-Freundchen. Jedenfalls, weiß der Anwalt, eine ordentliche Grundlage ist wirklich das A und O. Das kann überhaupt nicht fettig genug sein. Na, ich hatte ja für zwischendurch immer noch zwei Päckchen Palmin in der Hosentasche. So, die beste Grundlage, die man haben kann. Was ist die beste Grundlage, die man haben kann? Reifkuchen. 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 Absolut richtig. Es gibt nichts Besseres wie Reifkuchen. Hör mal, Reifkuchen, da hast du einen Ölteppich im Maren. Da hast du direkt zwei Aktivisten am Bauch geklebt. Ja, der würde auf der Stunksitzung nicht klappen. Jedenfalls... Karneval ist so einfach. Jedenfalls... Wobei, so einen Ölteppich, den muss man sich heutzutage auch erst mal leisten können, oder? Weil Öl ist ja sau teuer. So, mein Nachbar, der hat das alles, was ich zu Hause hamstert. Weißt du, er hat so viel Sonnenblumenöl im Keller. Der gehört seit gestern offiziell zur OPEC. Nein, ich versteh da nicht. Weißt du, da hamstern diese Leute palettenweise Sonnenblumenöl in ihrem Keller. Weil sie Angst vor nem dritten Weltkrieg haben. Glauben aber ernst, dass sie würden dann in der Küche stehen und Reifkuchen backen. Nein, aber liebe Freunde, es ist doch alles. Jedenfalls ist doch alles so teuer geworden, oder? Und da denkt man sich manchmal, denkst du doch schon, wär's schon schön, wenn man mal so richtig viel Kohle hätte, oder? Und da kommt man Elon Musk zu sein. Ja, das hab ich selber net verstanden. Elon Musk, reichster Mann der Welt. Und er ist wirklich nur ein halbes Jahr älter wie ich. Aber krass, was die paar Monate finanziell ausmachen. Das Orkestor Markus Kurt, liebe Herren und Herren. Da haben wir auch schlechte Ränkel. Jedenfalls. Nein, aber wie gesagt, es ist alles so teuer geworden. Auch beim Einkauf, weißt du? Es gibt mittlerweile Ladendiebe, die klauen nur noch beim Aldi. Alles wird immer teurer und entleppert sich alles. Guck mal so, ja, ne Flasche Bier kostet jetzt 5 Cent mehr. Das sind immer das 2 Euro am Tag. Ja, ich bin auch noch am Rechnen. Jedenfalls. Nein, da war früher, liebe Freunde. Da haben wir doch im Laden, da war man noch eine Krische saniert. Na, das weiß ich noch nicht wirklich, das ist noch ja nicht so lange her, da war ich so zwölf, dreizehn. Na, da war ich so zwölf, dreizehn, da bin ich mit einer Mark zum Kiosk. Und ich bin mit einer gemischen Tüte, drei Comics, vier Überraschungsein und einem kleinen Jägermeister wieder rausgekommen. Und heute überall Überwachungskameras. Natürlich, natürlich, was die heutige Technik alles kann. Jedenfalls hat sich unser Erwin am Pizzastand noch eine Pizza Hawaii bestellt. Sondern meint so ein junger Typ, das wäre kulturelle Aneignung. Eine Pizza Hawaii hätte nichts mit hawaiianischem Essen zu tun. Ich sag, jetzt pass auf, was du sagst, du Krötenflüsterer. Ich sag, eine Pizza Hawaii hat überhaupt nichts mit Essen zu tun. Wer ananas auf seine Pizza macht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich sage, was du sagst, ich habe Copenhagen, das ist ein neues Leben verloren. bothak, was du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst. Und du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst. Das heißt, Pizza Hawaii ist wirklich die Jogginghose unter den Lebensmitteln, oder? Wer von euch macht Pizza Hawaii? Was ist denn da schiefgelaufen? Ihr trinkt sicher auch Bananenweizen. Jedenfalls... Jedenfalls sind wir auf der Bierbörse immer unverschuldet in eine Schnapsfarbe. Manchmal knüppelde ich, aber muss man wirklich sagen, ich habe eine sensationelle Marilla am Stach. Ich weiß, er ist so klar, den sieht die Leber ja nicht kommen. So, und genau in dem Moment rufte Manfred seine Frau an. Wie kommst du denn von der Bierbörse nach Hause? Sagt der Manfred, ja, ich stimme an, besoffen. Ja, der wohnt jetzt nicht mehr zu Hause. Jedenfalls... Aber da muss man sagen, die haben sowieso Stress in der Familie gerade. Manfred, die sind bescheid, sind die mit mir. Ja, ihr müsst schon zuhören. Jedenfalls... Auch mit der Melli, ihrer Tochter, der Melli. Ich sag letztens zu Melli, ich sag, Melli, ich sag, bist du denn ja nicht mehr mit dem Achmed zusammen? Ich sag, sie, Entschuldigung, wolltest du etwa mit jemand zusammen sein, der Drogen verkauft? Ich sag, Melli, ja, das will natürlich nicht. Dann sagt sie, ja, siehst du, der Achmed auch nicht. Er muss auch mal trinken, bevor der Körper durchkriegt. Nein, aber was ich eins erzählen wollte, auf der Bierbörse, da jaufe doch das stärkste kölscher Welt, Kurweiler Klapperschlange. Ja, das hat schlanke 78%. Trinkst am besten direkt beim Logopäden. Weil da musst du danach sowieso hin. Jedenfalls wollte unser Hermann unbedingt die Klapperschlange probieren. Ich weiß, Sie kennen den Hermann? Kennt niemanden? Der Hermann, wie soll ich euch denn jetzt? Ich will ihm nichts Böses. Aber ich sag mal so, der Hermann ist jetzt nicht das schärfstmessende Schublade. Ich sag mal so, der macht beim Sprechen Rechtschreibfehler. Scheint hier relativ normal zu sein. Jedenfalls... Na, ich sag mal so, wenn du den Hermann siehst, dann weißt du, warum Noah nur Tiere mitgenommen hat. Ja, nur, dass man doch mal einordnen können. Ich sag letztens zum Hermann, ich sag, Hermann, hast du mitgekriegt, die Beerdigung vom Heinz, die haben sie von Dienstag auf Mittwoch verschoben. Sagt der Hermann, oh, jeder, dann wird er besser. Saugeiler Witz, jedenfalls! Also, wie gesagt, wollte der Hermann unbedingt die Klapperschlange probieren. Ich sage, Hermann, lass es da bleiben. Du wurdest doch gestern Abend schon so bedient. Du bist eine Stunde, eine halbe Stunde am Autoscooter und hast versucht, ein Taxi ranzuwinken. Du wolltest deiner Frau ein Lebkuchenherz schießen, du hast nur nimmer die Bude getroffen. Aber der Hermann ist so stur, weil es im selben Moment stund auf der nächsten Bierbank und hat die ganze Klapperschlange in einem Zug weggehext. So, dann hat er uns zehn Sekunden mit offenem Mund angeklopft. Und dann hat die Schlange zugebiegt. Hör mal, der Hermann ist wie ein nasser Sackkopf über von der Bierbank gefahren. Ich sage, Hermann, um Jottes Willen hast du was gebrochen? Sagt er, ne, nur ein bisschen Kartoffelsalach. Ganz feiner Humor. Jedenfalls. Nein, aber unser Hermann ist ja auch so ein Spezialist. Wie ist er, der Hermann? Ja, ist sich völlig unbewaffnet. Ja, ich mach mal mal ein Beispiel. Guck mal, ich setze es auf der Vorstandssitzung und habe ich eine Suppe mit Sternchen-Nudeln, die ich jetzt. Ich frage mich der Hermann, oh, sind das Sternchen-Nudeln? Ich sage, ne, meine Buchstabensuppe ist Passwortgeschütz. Ich sage, Hermann, ich sage, Hermann, jetzt mal unter uns. Und ich sage, hast du schon mal den lustigen Clown im Supermarkt gesehen, der sich immer versteckt, wenn er einen Volltrottel sieht? Da hatte ich euch mehr zugetraut. Jedenfalls. Jedenfalls fragte mich der Hermann letztens, warum soll sich denn ein gesunder Mensch impfen lassen? Ich sage, Hermann, ich sage, das Prinzip bei Impfungen ist, du Hupe. Ich sage, wenn du Kondom erst im Kreißsaal anziehst, bringt das auch nichts mehr. Letzte Woche in der Eifel, null Reaktion. Jedenfalls. Ja, sagt der Hermann, aber er wüsste ja nicht, was in dem Impfstoff drin ist. Ich sage, Hermann, ich sage, selbst wenn du es wüsstest. Ich sage, du hast doch wirklich überhaupt keine Ahnung von Medizin, weil du hast dich erst dann drei Zäpfchen langsam im Mund zergehen lassen. Letzte Woche in der Eifel, wisst ihr selber. Aber jedenfalls. Ich sage, sonst ist es ein Rissejahr, was in deinen Körper reinkommt. Weil du kaufst dir Döner für einen Euro. Da würdest du ja der Tönnies beim Tierschutz anrufen. Ja, sagt der Hermann, aber Biontech würde doch das genetische Material verändern. Ich sage, ich glaube nicht, dass du so viel Glück hast. In diesem Sinne. Ja, liebe Freunde. Es ist richtig, dass ihr aufgestanden seid für diese fantastische Rede von Volker Weininger. Auf den Sitzungspräsidenten Dreimer von Hetze, Köln. Volker Weininger. WDR. Herzlichen Dank. Ich darf euch jetzt ankündigen, eine Gruppe, die schon seit 20 Jahren Musik macht, aber seit 10 Jahren auf den Karnevalsbühnen ist und damals eingestiegen ist mit dem tollen Titel Het Jits K-Wort. Hier ist Cat Baloo. Okay, wie sieht's aus? Habt ihr auch Lust auf ein ganz neues Lied? Hier kommt eins. Das heißt, lasst uns nicht gehen und deshalb bleiben wir noch ein bisschen. Was haben wir heut' gelacht und so viel erlebt? Haben an all die gedacht, die heute nicht bei uns sind? Aber in nem Tee war viel zu lang her, zu lang her, her. Oh, bitte, 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 mach, dass das hier niemals vergeht. Auch wenn's sich im Kopf schon lenkt, dann es dreht. Doch solange wir stehen, lass uns nicht gehen, wenn es am schönsten ist. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Lass uns nicht gehen, wenn uns das Leben küsst. Lass uns nicht gehen, wenn uns das Leben küsst. Okay, es ist an der Zeit, mal ein bisschen auszurasten hier. Alle zusammen, alles, was ihr habt. Lass uns nicht gehen, wenn es am schönsten ist. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Lass uns nicht gehen, wenn uns das Leben küsst. Die beste Zeit ist, wenn du bei dir bist. Lass uns nicht gehen, wenn uns das Leben küsst. Okay, wie sieht's aus? Habt ihr noch Energie? Das ist gut, denn wir wollen euch gleich mal alle springen sehen. Vorher singen wir noch ein bisschen. Lass uns nicht gehen. Oh, jump, jump Ho, 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 ho Hier dämpflich die Lobbys klammern während Oh, ja Bunte Luftballons, alles schlägt sich im Inneren Lass mich von der Welt drüben, von der schönen Melodie Et letzte Kölsch schmeckt sogar süß, alles jodernix, date wie Singt ihr mit? Höchsteig den Berg still Für ne kleine Moment Wenn man sich rennt, man es verjährt Kommt schon, wo seid ihr? Oh! Höchsteig den Berg still Für ne kleine Moment Wenn man sich rennt, man es verjährt Höchsteig den Berg still Und ne kleine Augenblick für die Ewigkeit Wenn man so sammelt sich Oh, oh, ja Oh, 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 oh Ich darf euch jetzt verkünden, ihr bekommt jetzt an dieser Stelle die goldene Schallplatte für euren Titel. Als Jits came out! Und lasst uns ausrufen, auf Cat Balou, Dreimer von Hetze, Köln! Cat Balou! Festkomitee! Herzlichen Dank und Dankeschön! Ich darf jetzt jemanden ankündigen, in Köln haben wir 86 Fädel. Und wenn ich einen Fädel nenne, aus dem er kommt, dann wissen wir schon, wer da kommt. Es ist das Fädel Ports, hier kommt Guido Kanz! Morgen! Morgen! Wie ist es? Gut! Hervorragend! Herr Kapellmeister, ich grüße im Namen der Gruppe. Wie ist die Lage? Sehr bunt heute, sieht super aus, ganz toll. Und ich begrüße den mit Abstand bestaussehendsten, jüngsten und auch weiblichsten Elverath, den ich bis jetzt in dieser Session im Gürzenich gesehen habe. Guck mal! Boah! So was hat man lang gemacht. Es ist irgendwie alles anders, wir haben letztes Jahr eine Fußball-Weltmeisterschaft erlebt, im Advent. Das war glaube ich der erste Autokorso, der von einem Streuwagen angeführt wurde. Alles anders. Ich habe mich gerade gewundert, es hat sich vom Gürzenich niemand festgeklebt. Verrückt. Ich meine, früher war es auch schon so, dass Leute im Karneval nicht mehr vom Boden hochgekommen sind. Aber das lag nie an Superkleister, sondern an Jägermeister. Da hinten ist gute Stimmung, hier vorne sind die, die umsonst trinken können, aber bei euch läuft es, oder? Läuft! Hier guckt doch mal! Sehr gut! Was auch anders ist, da war ich wirklich tief ergriffen, die Queen ist leider nicht mehr unter uns. Ja, mir ging es genauso. Seitdem drehen die Enkel komplett durch. Ich hatte irgendwann gelesen, Harry bringt ein Buch raus. Ich dachte sofort Harry Potter. Es ist der andere. Der Fuß. Also Harry, formerly known as Prince. Das Buch heißt auf Englisch Spare, auf Deutsch Reserve. Teile sind natürlich auch schon verfilmt worden, in Hangover eins bis drei. Und ich habe es bestellt bei Amazon und habe sehr gelacht, weil wenn man das macht, steht unten drunter, Käufer, die dieses Buch kauften, kauften auch Camilla. Eine Stute geht ihren Weg. Und was ich gar nicht verstanden habe, vielleicht kann mir da jemand heute Abend helfen, vor ungefähr einer Woche bis zehn Tagen gab es einen Artikel hier in einer Kölner Zeitung, da ging es um ein Hotel in Köln und die haben in ihrer Bar verschiedene kölsche musikalische Zitate an der Wand. Unter anderem eins der Höhner. Blutwurst, Kölsch und eine leckere Mädchen. Und da hat sich eine Nachbarin echauffiert und beschwert und hat gesagt, das sei sexistisch, weil es suggerieren würde, dass man in diesem Hotel neben Lebensmittel und Kölsch auch Frauen konsumieren könnte. Dieser Frau würde ich gerne heute via Fernsehen zurufen. Das schönste Kompliment, was man in Köln einer Frau machen kann, ist, wenn man sagt, du bist eine leckere Mädchen. Das könnte von Hetze. Nur mal so. Man kann es nicht besser sagen. Guck mal, ist doch schöne Stimmung. Wir feiern 200 Jahre Kölscher-Phase leer. Ich wollte letztes Jahr ein persönliches Jubiläum feiern. 30-jähriges Bühnen-Jubiläum. Ja, man glaubt es gar nicht, ne? Ja, ja. Danke. Leider wart ihr nicht da, ich war auch nicht da. Deswegen holen wir das dieses Jahr nach. 30 Jahre plus eins und Wahnsinn. Es hat sich viel geändert, muss man schon sagen. Damals, als ich anfing, 1991, da waren viele im Elferrat noch gar nicht auf der Welt. Ja, du vielleicht. Ja, bei dir war er 1891, aber... Nein, das war eine andere Zeit. Damals hast du die Gage, ist kein Scherz, die Gage im Kölner Karneval gab es in Bar im Umschlag. Und wenn der Kassierer leicht angetrunken war, und das kam relativ häufig vor, und man hatte Glück, hat man schon mal den Umschlag der Blackfuss bekommen. Du hast es nie gemerkt. Ja. Das war so. Dann wurde leider umgestellt auf Schecks. Es gibt heute immer noch Schecks im Karneval, sonst gibt sie fast nirgendwo mehr. Und wenn ich nach so einem Wochenende zur Bank komme, der Azubi ist 18, der kennt mich. Scheck hat er noch nie gehört. Der war sehr freundlich. Ich sagte, er kann nicht was für Sie tun. Ich sagte, ja, Scheck. Ey, Scheck, Alter. Ich sagte, nee, 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 24 Scheck. Scheck 24, krasses Vergleichsportal, kenn ich. Das war anders. Wir hatten 1991 keine Handys. Gab's nicht. Es gab noch keine sozialen Netzwerke, wir haben uns persönlich beleidigt. Es gab kein TikTok, wir hatten Tic-Tac. Mit zwei Kalorien, die Älteren werden sich erinnern. Und viele Worte gab's noch gar nicht. Das Wort googeln existierte nicht, weil man konnte nicht googeln. Googeln war 1991 noch sächsischer Weihnachtsbaumschmuck. Gut, dass du was gespielt hast. Lasst euch Zeit, das ist okay. Die Gürkeln, la Clarisse. Das war anders. Wir kannten damals Playback, aber es gab kein Payback. Früher hat man noch heimlich gesagt, ich hab ne Affäre. Heute sagst du, ich hab ne Reitbeteiligung. Das ist anders geworden. Es gab auch noch kein Tinder. Tinder hieß 1991 noch Sauerlandstern. Guck mal hier. Ich sehe, wir haben Profis hier. Sauerland ist auch schön, oder? Ja. Es gibt da so ein altes Gesetz im Sauerland. Wenn sich da ein Ehepaar scheiden lässt, bleiben die beiden trotzdem Bruder und Schwester. Das ist, glaub ich, immer noch so. Ja. Es ist wirklich toll. Wir feiern so schön zusammen. Und das macht auch Spaß. Was sich natürlich geändert hat, das muss ich jetzt auch sagen, bei meinem Jubiläum. Ich bin leicht älter geworden. Das ist unverschämt hier vorne. Bitte. Nein. Ich hab mit 20 angefangen. Ich bin mittlerweile 51. 51. Und ja. Ich werd dann aufgewachsen. Merkst du einen Unterschied, Guido? Klar. Man merkt Unterschiede. Seit meinem 50. Geburtstag spült mir der Algorithmus meiner Playlist von Spotify immer wieder Hansi, Hinterseer und die Amigos ein. Und das Schlimme ist, ich find's gar nicht so schlecht. Und alle, die an der Stelle, Moment mal gerade, Spaß hatten. Wir machen jetzt hier bitte, Herr Quoth, den ultimativen Alterstest. Im Gürze nicht. Ich werde ein Lied anstimmen. Und alle, die jetzt hier gleich nur rudimentär mitmachen können. Sagen wir mal so, wir treffen uns auch nicht mehr im Bälle-Paradies von Ikea. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flipper. Was wär's denn ohne unsere Freunde? Ohne uns, die lieben fest. Boah, ihr seid super. Guck mal hier, wir gehen auf Tournee, das läuft. Ja, kommen wir kurz zu meinem Alter zurück. Es ist wirklich so, man merkt das, wenn ich mir jetzt diesen Elberat angucke, da sind ja junge Hüpfer dabei. Das ist schon Wahnsinn. Der Prinz dieses Jahr in Köln ist jünger als ich. Wahnsinn. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war selbst das Kinderdreigestirn älter. Ja. Ich hab mittlerweile ne Brille. Also zu Hause. Meine Frau auch. Und jetzt sitzen wir morgens beim Frühstück, ist toll. Beide mit der Brille an. Wie so ein älteres Ehepaar. Meine Frau hat letzte Woche noch zu mir gesagt, mit der neuen Brille, siehst du echt scheiße aus. Ich hab gesagt, ich hab doch gar keine neue Brille. Sagt die, nee, nee, du nicht. Aber ich. Nein, man muss Alter mit Humor nehmen. Und zwar ist es so, ich hatte letzten Montag frei und war beim Rewe einkaufen und stand an der Kasse. Und da war ein Mann vor mir, ich würd mal tippen, der war Anfang, Mitte 70. Sehr lustiger Mann. Und da hab ich gesagt, so mach ich das später auch mal. Der hat die Sachen aufs Band gelegt. Die Kassierin war sehr nett. Sagt er, Entschuldigung. Sammeln sie Punkte. Sagt er, nee, nee, das sind Altersflecken. Alles klar. Und das find ich toll bei uns im Rheinland, da liegt das Herz auf der Zunge. Ich hab noch ein weiteres Beispiel. Ich war in dem Film Avatar 2. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Fand sie gut? Ich fand ihn relativ lang, aber ich war der Popcorn-Beauftragte bei uns in der Familie. War mit meinem Sohn und meiner Frau. Und ich hab Popcorn gekauft und die Dame hinter der Theke war so ein richtiges Kölschmädchen. Herrlich. Ich hab dann gekauft. Danach kam eine junge Frau, Hand in Hand, mit ihrem Freund, frisch verliebt, ganz süß. Dann kam in die Theke und sagt, ich hätte gern Popcorn. Sagt die Frau, ja, was willst du dann? Süß oder salzig? Hätte die Angelöse gesagt, genau so wie mein Freund ist. Sagt die, ja, hässliches Popcorn haben wir nicht. Das gibt Ärger, sag ich jetzt schon. Kommen wir kurz noch mal zurück. Als ich anfing, hab ich auf der Bühne ganz andere Sachen gemacht. Ich hab Leute nachgemacht. Ich hab Boris Becker nachgemacht. Das wird ich natürlich heute nicht mehr machen. Klar, mein Steuerberater wird mich umbringen. Und ich hab Politiker nachgemacht, die man kannte. Willy Brandt und Franz Josef Strauß, Helmut Kohl. Und das waren irgendwie so Persönlichkeiten. Wir haben ja heute eine Persönlichkeit hier, jetzt hab ich sie gerade entdeckt. Unsere Bundestagspräsidentin ist da. Frau Baas, schön, dass Sie da sind. Das ist doch toll, find ich gut. Ja. Oder? Im Endeffekt, man muss sagen, Sie kommen hier super klar. Im Endeffekt ist das ähnlich wie in Ihrem Job. Also Bundestagssitzung ist im Endeffekt wie eine Karnevalssitzung. Wir haben einen Präsidenten, Schrägstrich in. Sie nennen das Regierungsbank, wir nennen das Elberat. Der Unterschied ist hier, wird während der Veranstaltung getrunken im Bundestag gerne vorher. Das ist der Unterschied. Ja, das ist aber schön. Ja, guck mal. Nein, aber das ist bei Politikern schon anders. Alle sprechen doch in Deutschland von Fachkräftemangel. Ich find, das merkst du auch ein bisschen in der Bundesregierung. Jetzt... Ja, es ist... Ich muss es sagen. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben mit Olaf Scholz zum ersten Mal nach 16 Jahren wieder eine männliche Kanzlerin. Das ist richtig. Aber das kann ja jetzt nicht die Lösung sein. Wobei der Kanzler ist schon so ein Machertyp. Ein Temperamentsbündel. Boah, ist der langweilig. Der Scholz wollte schon zweimal zurücktreten. Hat nicht geklappt. Die Füße waren eingeschlafen. Wirklich. Ehrlich. Der ist so langweilig. Der hat in der Hochzeitsnacht mit seiner Frau gekniffelt. Jetzt bist du dran. Wie willst du Olaf Scholz beschreiben? Dagegen hatte Rudolf Scharping ADHS. Wen haben wir noch? An Fachkräften. Achso. Schade, dass unsere Verteidigungsministerin nicht mehr im Amt ist. Das ist auch... Christine Lambrecht, die alte Rakete! Junge, Junge, Junge. Sie hat jetzt das gemacht, was viele Bundeswehrjets nie geschafft haben. Sie ist geflogen. Aber... Ich bin übrigens gespannt beim Zapfenstreich, was die bei der Verabschiedung für ein Lied spielen. Ich wäre für Let it be. Aber... Wen haben wir noch? Unser Wirtschaftsminister. Auch eine Fachkraft. Ganz ehrlich. Da fühlst du dich doch als Unternehmer gar nicht ernst genommen. Der... Ich merke, der junge Frau... Es ist so. Der hat versucht, Insolvenz zu erklären. Ich habe erst gedacht, der hat bestimmt so ein Wochenendseminar bei Wirecard mitgemacht. Klar. Er kann es nicht besser. Der Habeck, ich habe es gegoogelt. Der ist Kinderbuchautor und Philosoph. Und Kinderbuchautoren konnten ja noch nie rechnen. Guck mal. Ich mache mal ein Beispiel. Zwei mal drei macht vier. Bitte, 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 bitte. Und drei macht neune. Mach den Sie weg. Bitte, 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 Sie, bitte. Hey, Robert Habeck. Hey, Robert Habeck, der macht was hin. Die Pippi war, wenn man ehrlich ist, mathetechnisch versetzungsgefährdet. Hat mehr gelogen als Pinocchio und Andi Scheuer zusammen. Muss man auch mal loswerden. Wen haben wir noch? Ach so, unser Landwirtschaftsminister. Der ist super nett. Cem Özdemir, toller Mann. Der hat, glaube ich, drei Staffeln Bauer sucht Frau gesehen. Mehr ist da nicht. Die Grünen haben sich verkalkuliert. Ich bin ja der Meinung, die Grünen hätten Anton Hofreiter nehmen sollen. Als Landwirtschafts- toller Mann. Der ist dritter beim Jesus-Casting für die Passion bei RTL geworden. War früher mal Model für Alnatura. Oh. Also wenn ich mir das jetzt alles angucke, da ist mir, ganz ehrlich, Karl Lauterbach fast schon ans Herz gewachsen. Doch, es gab, also der war so oft im Fernsehen die letzten zwei Jahre. Ich hatte abends manchmal Angst, den Kühlschrank aufzumachen. Weil ich dachte, pass auf, da sitzt der auch noch. Ich hatte so'n Traum. Ich hatte Durst, mach die Tür auf und dann guckt der Karl mich an. Was wollen Sie, wollen Sie Wodka, was hat der Wein trinken? Der sieht so harmlos aus, ne, der Lauterbach. Der ist natürlich auch clever, wie fast alle. Das ist doch logisch. Der Lauterbach war sechs Wochen vor Weihnachten in der Eifel. Wie kann man die Eifel beschreiben für unsere Fernsehzuschauer? Romantisch, das hatten wir noch nicht, sehr schön. Ich würde sagen, in der Eifel war schon immer Lockdown. Wir müssen ehrlich sein, in der Eifel ist jeder mit jedem Verwandt, egal wie viele Beine die haben. Das ist da so. Und da war unser Bundesgesundheitsminister. Der war aber nicht alleine, der hatte zwei Kamerateams dabei. Nicht eine, zwei. Und da wird ja medial alles verarztet. Und der Bürgermeister bei euch, der war total aufgeregt. Sagt, Herr Lauterbach, toll, dass Sie in der Eifel sind. Wir haben zwei große Probleme hier. Das erste Problem, in unserem Krankenhaus haben wir zu wenig Ärzte und Pfleger. Was hat der Lauterbach gemacht? Ein Mann, der tat, sofort das Handy gezückt, fünf Minuten lang telefoniert, fünf Minuten spazieren gegangen, kam nach fünf Minuten wieder zu dem Bürgermeister und hat gesagt, also das Problem wäre am Montag gelöst. Was ist das zweite Problem mit der Eifel? Hat er gesagt, wir haben hier oben gar keinen Mobilfunk empfangen. Sehr gut. Tausendmal und so weiter. Ja, ja. Deswegen müssen wir uns selber gute Laune machen. Deswegen ist doch Karnevalsspitze. Ich sage, wir brauchen Optimisten in Deutschland. Keine Pessimisten. Es gibt mittlerweile Optimisten bei uns im Land, die sagen, in einem Jahr werden wir alle betteln gehen. Und die Pessimisten sagen, ja, aber bei wem? Ich weiß es nicht, aber ich bin Optimist. Ich sehe Sachen positiv. Ärgere dich nicht, wenn dir eine Taube auf den Kopf scheißt, freu dich, dass Hunde nicht fliegen können. So sehe ich es, ja. Und das ist auch das Schöne im Karneval. Man weiß nie so genau, was einem passiert. Und ich darf das jetzt seit 31 Jahren begleiten und habe mir gedacht, am Schluss nehme ich euch und sie zu Hause mit auf eine kleine Reise, welche Kollegen und Kolleginnen ich alles kennenlernen durfte. Und vielleicht erkennt ihr den einen oder anderen noch. Es begann im Oktober 1991. Der Junge, ich war 20. 20. Ich las heimlich noch Lupo-Hefte. Es gab kein Wikipedia und ich wohnte noch zu Hausmann. Der Mann mit dem Hütschü packte mich mit Radatz am Schops und ich durfte beim Vorstellabend des Stammtischs Kölner Karnevalisten auftreten. Ich wäre auf Blackface. Von Ports zum Satori laufe. Und alle fragten sich, bring's, kann's. Kurz vor meinem Auftritt war ich nervös. Oh, ich fühlte mich wie eine arme Döbel. Hüpfte herum wie ein Rumpelstielchen. Raste los wie ein Domstürmer und sagte zum Bergischen Landboten, Ferdi, huig, greife ich an. Ich war ungeduldig. Ich hatte Eile. Mann. Es gab tolle Kollegen, Klaus und Willi. Renate war ein Fuchs. Wolfgang Reich an Erfahrung. Jupp mental sehr stark. Und Bernd stellte sich mir sehr sympathisch vor. Ich sagte zum Welpenbummler, Gerd, rück doch ein kleines Stück zur Seite. Ich wusste auch nicht, was wird Fred van Halen. Und dann traf ich einen Mann, den kannte ich natürlich aus dem Fernsehen. Das war mein Vorbild. Der war nicht gut. Der war super. Relativ schnell lernte ich die Klüngelköp kennen, den Literatenstammtisch. Und ich als Tuppes vom Land sprach mit dem Bergischen Jungen. Damals waren Diakone noch beliebt. Wir fuhren Querbeet von Auftritt zu Auftritt und mich sprachen Fussi Schulche an. Marita. Kölner. Ich sagte, nee, ich bin Porzo. Wie heißt du dann? Kanz. Wie Adam Kanz statt K mit C ohne R hinten mit TZ. Ich lernte relativ schnell im Fastalarm des Viege Flügel unterwegs. An den Tischen halbe Haaren, kalte Ente. Hinter der Bühne Höhner, Flamingos, Kolibris. Und überall Jor wird Mett. Wie heute übrigens immer noch. Überall Mett. Nur heute gibt es mehr Veganer. Also Krautmacher. Aber in drei Jahrzehnten fragst du dich vielleicht, wer mag Metzger. Der schönste Tag ist Rosenmontag beim WDR. Funky Marys. Winke mir mit Blom und Blömscher zu. Auch Butterblömsche eher Weininger. Klar gab's Schlawiner. Labbesse, Filur, Rabau. Aber es gab nie Kasala. Der Fastalarm ist einfach ein schönes Milieu. Einfach eine tolle, eine super Weiher. Und die Räuber vom Finanzamt Köln-Portz haben immer pünktlich abgebucht. In diesem Sinne würde ich gerne mal Danke bei euch sagen. Danke fürs Zuhören. Kölle, I love you. Madet Jod. Wrato, I love you. Madet Jod. Die Ses Hatred Speed 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 Band Jesus kommt Frieden! Jesus kommt Frieden! Ja, lieber Guido, der ganze Saal steht für diesen vollen Vortrag. Dreimal von Hetze, Köln! Guido Kanz! Orchester Markus Quoth! Herzlichen Dank! Ich darf euch nunmehr einkündigen, eine Gruppe, die in ihren Texten auskommt, ohne Dom, ohne Ring und ohne Sonnesching. Hier sind die Domstürmer! Ich sehe sehr viele vertraute Gesichter! Endlich wieder fast leer! Meus lichter Bumsche, Maez, zu Hust. Und die Frage ist, wo fühlst du dich zu Hust? Ich sag mal so, der Heimathafen ist doch da, wo du beliebt wirst, wo du lieben kannst, wo drissiales Werdebüs, Wattehes, spielt alles keine Rolle. Leif hast du Lauf in die Ecke, lass mal singen, dann zu lachen! Hesemann zu uns! Toh uns, 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 Toh uns. Und was wir alle erlebten! Wir sind die Geschichte und erzählen, wie schön es früher war. Wir lachen und wir griechen und sind dankbar für all die Jorgen. Und da ist so joh, dass wir uns haben. Denn hier sind wir zu Hust! Hier ist für uns lang noch nicht Schluss! Hier ist für uns lang noch nicht Schluss! Wir sind immer für uns da! Denn hier sind wir zu Hust! Hier ist für uns lang noch nicht Schluss! Hier ist für uns lang noch nicht Schluss! Wir sind immer für uns da! Wir sind immer für uns da! Denn hier sind wir in der Hust! Ja! Schlagzeug! Schlagzeug Solo! Eine都是 für uns langfristig! Nichts alt! Mit dem mit dem man überlassen! Komm schon! Wir sind immer für uns langfristig! Wir sind immer für uns langfristig! Komm schon! Na hier sind wir zum Schluss! Wir befinden uns alle! Und wir haben hier sein! Wir haben alles zu! Spannung Meine Liebe, meine Stadt, mein Verein, komm zu uns! Du ist meine Liebe, meine Stadt und mein Verein, es gibt eine Million Gründe, um auf dich stolz zu sein. Nur du ist meine Liebe, meine Stadt und mein Verein, ich bleib dir ewig treu, ich lass dich nie allein. König, du verstehst mich, denn es ist schön, dein Etich geht, ich bin mit dir verboten, ich nehm dich überall hinweg. Ich trach dich tief im Metze, wie ne Stellenfunk, Mosaik bin ich und ihr ist Glück. Lass mal singen! Denn du bist meine Liebe, meine Stadt und mein Verein, es gibt eine Million Gründe, um auf dich stolz zu sein. Nur du bist meine Liebe, meine Stadt und mein Verein, ich bleib dir ewig treu, ich lass dich nie allein. Schau, immer jung und grise, du hess'n überlebt, schönst dich, stehst ab und erst und so geliert. Ja! Fliegst du wild und wund, bis zur letzten Stunde, sind wir für dich da. Fliegst du wild und wund, bis zur letzten Stunde, sind wir für dich da. Fliegst du wild und wund, bis zur letzten Stunde, sind wir für dich da. Fliegst du wild und wund, bis zur letzten Stunde, sind wir für dich da. Fliegst du wild und wund, bis zur letzten Stunde, sind wir für dich da. Ich bleib dir ewig treu, ich lass dich nie allein. Ich bleib dir ewig treu, ich lass dich nie allein. Ja, liebe Freunde, das waren die Domstürmer, das war Stimmung pur. Lass uns ausrufen. Lass uns ausrufen. Drehen wir von Letze, Köln! Köln! Domstürmer! ARD! ARD! Herzlichen Dank! Dankeschön! Ich darf euch jetzt einkündigen, seit 35 Jahren steht er schon auf der Bühne. Er ist ein Entertainer der besonderen Güte. Hier kommt Bernd Stelter! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue, euch zu sehen. Endlich wieder ein Gürze nicht voll mit Jecken Menschen, die nicht nur Karneval feiern wollen, die auch Karneval feiern können und Karneval feiern dürfen. Und das ist für uns alle ist das so, so, so wichtig. Und warum das so wichtig ist, das sing ich euch eben vor. Corona-Spuk ist fast vorbei, das war ne Zeit so schwer wie Blei. Feiern durfte nicht mehr sein, nicht mehr zusammen, nur allein. Jetzt gehen wir langsam wieder raus, gehen dem Kostümchen aus dem Haus. So richtig traut man dem noch nicht, doch ich weiß, was das mit euch macht. Denn wenn ihr lacht, kann ich jetzt sehen. Ich seh euch in den bunten Farben, mit den roten Nasen seh ich euch lachen. Ich seh euch und ich hör euch singen. Mein Herz möchte springen. Jetzt merken wir wieder, wie schön das ist. Und es ist ganz unglaublich toll, dass nicht nur ihr da seid, ich darf auch dabei sein. Und wenn ich dabei bin, dann fang ich ja immer an mit meinem kleinen Jahresrückblick unter dem Motto, was sonst noch geschah. Ja, das war in diesem Jahr so. Entschuldigen Sie die Wortwahl. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich barsch, aber das Jahr 2022 war doch einfach nur für den Arsch. Dieser Virus und der Putin, die haben uns fertig gemacht. Wäre der Wendler nicht gewesen, hätten wir überhaupt nicht gelacht. Wir brauchen Karneval, das habe ich mir gedacht. Doch wie nicht anders zu erwarten, auch der Karneval fiel aus. Die Kapelle spielt auf YouTube, selbst der Stelter blieb zu Haus, das war doch sonderbar in diesem Jahr. In England versinkt die Monarchie, in Bruder Hass, Habgier und Frust. Das bin ich dankbar, liebe Lisbeth, dass du das nicht miterleben musst. Du warst so wunderbar die letzten 60 Jahre. Ja, und im Sommer gab es eine Geschichte, die fand ich jetzt sehr witzig. Nicht alle, aber ich schon. Im Sommer gaben sich reiche Leute auf einer Insel unterkühlt. Denn 10.000 fern wie Punker fuhren für 9 Euro nach Sylt. Das war doch sonderbar in diesem Jahr. Aber jetzt wird es schwierig. Jetzt kommt eine Strophe, die ist so grottentraurig, dass ich öfter schon in dieser Session beim Singen auf der Bühne von Heulkrämpfen geschüttelt zuckend zusammengesunken bin. So traurig ist die Strophe. Ich probiere es immer wieder, aber grottentraurig geht so. Meine letzte Zigarette. Ist jetzt auch schon drei Jahre her. Da erlaubt die Ampel Cannabis. Und ich Idiot, ich rauch nicht mehr. Das war doch sonderbar in diesem Jahr. Und wir feiern wieder Karneval zusammen und hochmotiviert. Und hoffen, dass dieses neue Jahr nicht genauso scheiße wird. Das wäre wunderbar in diesem Jahr. Ich kann euch das versprechen, dieses Jahr 2023 wird viel besser. Viel besser. Denn im Jahr 2023 findet keine Fußball-WM statt. Die nächste Fußball-EM ist erst 2024. Und wo ist die? Hier. Die müssen wir gar nicht boykottieren, das wird super. Ich meine, okay, letztes Jahr in Katar, das war Blödsinn. Das war ungefähr so. Regenbogenbinde und die Hände vor dem Mund. Wir gaben uns moralisch, doch es lief nicht wirklich rund. Wenn etwas wirklich schrecklich ist, dann bleibt man besser zu Haus. Da machen wir den Mist doch lieber nicht mit. Da scheiden wir aus. Ma sind nit dabei, dat is prima. FIFA corrupt, ja. Wir scheitern bei Fußball, wir holen nicht den Rott. Und weil das besser klingt, nennen wir das dann Boykott. Aber habt ihr dieses Foto noch vor Augen? Die ganze Nationalelf beim Mannschaftsfoto alle die Hände vorm Mund? War das peinlich? Das sah doch nicht aus. Wer ist auf die Idee gekommen? Oliver Bierhoff? Da muss man jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Unsere schöne Außenministerin Annalena Baerbock. Die Annalena Baerbock hat ja nicht nur eine Staatssekretärin und eine Bürovorsteherin, nein, die hat auch eine Stylistin. Und diese Stylistin, die hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als nur unsere Außenministerin noch schöner zu schminken. Was meint ihr, was die verdient so pro Monat? 7500 Euro. Ich finde das völlig okay. Wir haben uns 16 Jahre auf der internationalen Bühne von Angela Merkel vertreten lassen. Dann darf man jetzt auch mal eine schöne Außenministerin ins Rennen schicken. Und ganz ehrlich, wir haben schon für gröberen Blödsinn 700.000 Euro ausgegeben, oder? Ich finde das völlig okay. Und wisst ihr, was ich noch okay finde? Dass dieser schöne amerikanische Schauspieler George Clooney jeden Morgen eine geschlagene Stunde in seinem Badezimmer steht, vor dem Alibert, und dann wiederholt er eine Stunde lang mantra-mäßig immer den gleichen Satz, Spieglein, Spieglein an der Wand, who the fuck is Robert Habeck? Wir haben nicht nur eine schöne Außenministerin, wir haben auch einen schönen Wirtschaftsminister. Ja. Und der hat auch einen Job ausgeschrieben, und zwar einen Job für einen Fotografen, der ihn ablichten soll, die nächsten drei Jahre, bis zum Ende der Legislaturperiode. Und was soll der verdienen, na? In den drei Jahren? 350.000 Euro. Ich find das nicht nur völlig okay, ich hab mich direkt beworben. Im Kabinett ist da, ganz klar der Netteste, wenn ihn nicht immer die Gedanken quälen. Egal wie schön der ist, wenn der alleine ist, fragt er sich, ob die ihn wohl wieder wählen. Die Frage ist hier, ob er die Wahlplakate ziert. Schreibst du mir 300.000 oder 4? Mach ich ein super Shooting, ein endgeiles Foto von dir. Mensch, Robert Habeck, ich mach dir ein Foto, ein schickes Foto von dir, beim Chipschein abgeben fürs Lotto oder bei Cari, Post und Bier. Mensch, Robert Habeck, ich mach dir ein Foto, voll Erotik und voll Harmonie. Dann wirst du außer Wirtschaftsminister noch Topmodell von Germany. Ja, ja. Muss man ehrlich sagen, muss man ganz ehrlich sagen, der Robert Habeck sieht super aus, ne? Du darfst keinen Mann fragen. Die Männer schütteln alle mit dem Kopf. Fragst du eine Frau, der Robert Habeck sieht super aus, oder? Ja, da wird genickt. Aber man darf auch eins nicht vergessen. Dieser Robert Habeck, der ist rattenjung. Wissen Sie, wie alt der Robert Habeck ist? Hm? 53. Der Mann ist 53, der junge Dachs. Ich bin in der Corona-Pause völlig überraschend 60 geworden. Ich bin 60 geworden. Und ich hätte es beinahe nicht mitgekriegt. Wenn du 60 wirst, verändert sich dein Körper. Es gibt diesen Tag, diese eine Nacht, da gehst du abends ins Bett, bis nach 59. Am nächsten Morgen wirst du wach und du bist 60. Und in dieser Nacht, da ist der Wind of Change durch dein Schlafzimmer gefegt. Dein Körper hat sich verändert. Die Augen schalten um von Adler auf Maulwurf. Die Haare wandern von der Kopfhaut ins Ohr. Ist egal, du hörst ja sowieso nichts mehr. Aber das Schlimmste ist, die Damen kennen das nicht, aber die Männer werden gleich wissend nicken. Das Schlimmste ist, sei ehrlich, die Blase. Die Blase schaltet um von halbtags auf Nachtschicht. Da gewöhnt man sich dran. Wenn du von so einer kultivierten Karnevalssitzung kommst, du hast minimale Mengen Kölsch im Körper und dann wirst du nachts um drei wach, dann kannst du ein Problem kriegen. Nämlich, wenn das so ist wie bei mir zu Hause, meine Frau hat beschlossen, wegen der Energiekrise senken wir nachts die Heizungstemperatur auf 8 Grad Frostwächter. Wenn du drei Uhr nachts wach warst, nach der Karnevalssitzung, so eine volle Blase, 8 Grad Frostwächter. Und du turnst nackend durchs Haus und suchst das Badezimmer, da glaubst du nicht, dass du 60 bist. Da tippst du auf 87 oder 103 oder so. Und woran liegt das? Als es begann, dachte ich, das kriegen wir schon klar, sparen wir halt alle Energie. Wird's im Wohnzimmer kalt? Da fällt der Hund aufs Sofa, wir kommen durch den Winter irgendwie. Doch dann wurd's kalt, rattenkalt. Ich sitz im Haus und denk, ich steh im Wald. Es zieht bei uns rein. Wo-oh-oh-oh! Boah, was haben wir gefroren? Dann fing's an zu schneien. Wo-oh-oh-oh! Ich hab Eis-Zapfen an den Ohren. Es zieht bei uns rein. Wo-oh-oh-oh! Mein Atem nimmt mir jede Sicht. Und sollt das Gas alle sein. Wo-oh-oh-oh! Bei Putin kaufen wir es nie im Leben. War das ein Lied? War das ein Lied? Sweet Caroline von Neil Diamond. 1970, die 70er meine Zeit. Sie können's nicht kennen. Sie waren damals noch nicht geboren. Was hatten wir in den 70er Jahren für Musik? Kennen Sie das noch hier? She came to me one morning, one lonely Sunday morning. Her long hair was blowing in the mid-winter wind. I don't know how she found me. For in darkness I was walking. And destruction lay around me. From a fight I could not win. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Wahnsinn, oder? Alle Mann am Lagerfeuer, jeden Mädchen im Arm. Nur ich, Idiot, ne Gitarre. Oder 1974, da hatten wir... We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climb were just seasons out of time. Wahnsinn, oder? Aber 1974, da hatten wir auch ein echtes Scheißlied. Entschuldigen Sie den Ausdruck, es gibt keinen anderen Begriff dafür. Es war einfach ein Scheißlied. Kann sich noch jemand von Ihnen rudimentär erinnern an Olay, wir fahren im Puff nach Barcelona? Hä? War das schrecklich? Olay, wir fahren im Puff nach Barcelona. Fürchterlich, und was haben wir das gegrölt? Jeden Abend, zehnmal auf jeder Party. Weiß noch jemand, wie die Band hieß? Die Drei Besovskis. Wenn heute ein Lied auf den Markt käme mit dem Titel Olay, wir fahren im Puff nach Barcelona von den Drei Besovskis, das würde sofort verboten. Und das finde ich auch wieder falsch. Wisst ihr, ich habe ein Radio zu Hause, und an dem Radio ist vorne ein Knopf dran. Und wenn mir ein Lied nicht gefällt, dann kann ich das ausschalten. Das muss niemand verbieten. Applaus Und ich kann mir selber aussuchen, auf welche Party ich gehe. Ich bin nämlich schon groß. Das muss mir niemand vorschreiben. Ich finde das total super, dass wir so viele verschiedene Meinungen haben, weil davon lebt unsere Demokratie. Nur wenn einer meint, seine Meinung wäre so superklasse, dass man alle anderen direkt verbieten kann, dann hat das mit Demokratie nichts zu tun. Und wenn dann ein Lied auf den Markt kommt, das so dämlich ist, dass man es gar nicht mitsingen kann, dann machen wir halt einen neuen Text, oder? Neulich im Gürzenichter stand ein Mann, hat eine rote Jacke an. Komm mal her, sagte er zu mir, trink doch eine mit und nach fünf Bier, sah der so richtig glücklich aus, dann holt er aus der Jacke ein Foto raus. Guck dir das mal an, damit du siehst, was ich bin und was du nicht bist. Ich bin ein Funk und meine Tanzmarie heißt Jutta und die ist ziemlich gut im Futter. La 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 Jutta, la 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 la. Ich bin ein Funk und meine Tanzmarie heißt Carmen, die kennt man danse, keine warmen. La 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 Carmen, la 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 la. Ich bin ein Funk und die Marie, die heißt Constanze, ja die Kartoffekarte danse. La 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 Constanze, la 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 la. Was meint ihr, wie viel Strohchen wir da bis Aschermittwoch zusammenkriegen? Ich schreib ja jeden Tag ne neue. Klappen nicht alle gestern, die war nix, gestern die war so. Ich bin ein Funk und meine Tanzmarie heißt Uschi, jetzt sing ich besser nicht mehr weiter. La 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 la. Ich bin so froh, ich bin so froh, dass wir wieder Karneval feiern können. Ich finde das so toll. Das sind keine anderthalb Meter Abstand hier, das ist toll, ich finde das großartig. Aber es gibt auch in dieser Session immer wieder melancholische Momente, Momente, wo man nachdenklich wird, wo man sich fragt, machen wir alles richtig? Aber dann stehe ich am Auto oder im Foyer und da kommt ein kostümierter Mensch auf mich zu und sagt, Mensch, Bernd, danke, ich habe so lange nicht mehr vernünftig gelacht, das war richtig gut getan. Dann denke ich, wir machen schon ziemlich viel richtig. Aber dieses neue Lied, mein neues Lied für diese Session hat auch ne nachdenkliche Seite und trotzdem ist es vielleicht jetzt schon mein Lieblingslied. Und am Ende kommt es bei einem Karnevalslied ja nur auf eins an. Können die Jecken am Ende mitsingen? Mal ausprobieren. Und bei diesem Lied habe ich Unterstützung, nicht nur von dem wunderbaren Orchester Markus Quoth, sondern auch von einem unglaublich netten jungen Mann aus der Weltelite der klassischen Musik. In der Bahnhofsgaststätte sitzt seit Stunden schon ein Mann. Adrett gekleidet mit Krawatte sitzt er da vor seinem Bier. Er sieht fast erfolgreich aus, er hat nen teuren Anzug an. Aber um elf Uhr vormittags, mein Gott, was macht er denn, ihr seht? Am Tresen steht der alte Kerl, er steht da wie an allen Tagen. Er sieht den grauen Mann und er geht lächelnd auf ihn zu. Er sagt, ich muss dir heute mal was ganz Wichtiges sagen. Tu mir bitte den Gefallen und hör mir einfach zu. Du hast nicht vier, drei, zwei, du hast nur ein verdammtes Leben. Keiner von uns kommt hier leben raus. Also Liebe, Leide, Lache, du kannst heute alles geben. Spar nicht einen Moment für irgendwann später auf. Du hast nicht vier, drei, zwei, du hast nur ein verdammtes Leben. Schau jetzt mal nach vorne und bitte nicht zurück. Gerade heute Abend lass es krachen, lass es beten. Nimm das Leben in den Arm und lache laut, denn das ist Glück. Sie feiert ganz allein Geburtstag, 52 Jahre. Soll's das jetzt schon gewesen sein, da ist Melancholie. Es sagt sich so leicht, von der Wiege bis zur Wagen. Sie steht nicht mehr am Anfang ein, sie nähert sich dem Ziel. Sie hält den Schlüssel im Schoss, er steht mit Blumen vor der Tür. Er lächelt fast so schüchtern, wie vor 23 Jahren. Er sagt, ich freu mich unbedingt auf die Zeit mit dir. Ach ja, und da gibt's eins, das möcht ich dir noch sagen. Du hast nicht vier, drei, zwei, du hast nur ein verdammtes Leben. Schau jetzt mal nach vorne und bitte nicht zurück. Gerade heute Abend lass es krachen, lass es beten. Nimm das Leben in den Arm und lache laut, denn das ist Glück. Du bist nicht des Lebens fette Beute. Der Tag, was Neues zu beginnen, der ist gerade heute. Versuch doch nicht im Leben mehr Jahre zu geben. Gib den Jahren, die jetzt kommen, mehr Leben. Gib den Jahren, die jetzt kommen, mehr Leben. いうことeierde Musik ... ... ... ... Du hast nicht vier, drei, zwei, du hast nur ein verdammtes Leben, keiner vor uns kommt hier Leben raus. Also Liebelein, lache, du kannst heute alles gehen, zwar nicht einen Moment, fünfmal später auch. Du hast nicht vier, drei, zwei, du hast nur ein verdammtes Leben, schau jetzt mal nach vorne und bitte nicht zurück. Gerade heute Abend, lass es krachen, lass es gehen, nimm das Leben in den Arm und lache laut, denn das ist Glück. Ja, liebe Freunde, was für ein toller Auftritt. Zum einen natürlich Bernd Stelter und dann haben wir heute hier an seiner Seite Alexej Semenenko, geboren in Odessa, in der Ukraine. Er hat Musik studiert, Violine studiert an der Musikschule für Musik und Tanz hier in Köln und viele, viele Preise gemacht in New York, in Paris, in Brüssel und auch in Petersburg. Lassen wir diesen beiden ausrufen, Draymar von Hetze, Köln, Alexej Semenenko, Bernd Stelter, herzlichen Dank, Dankeschön. Liebe Freunde, seit 30 Jahren machen Sie Rockmusik, seit 22 Jahren, auch im Kölner Karneval, seid ihr fit für fünf kölsche Jungs? Hier kommt Brings! Oh 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 oh, oh 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 Hutzig und beerdigung Rock'n'Rolle zum FC Wetschig, quetschig, KVB Hütchen, Röster und Lüchell Wende, Ruskus, Wiedeltell Hützig im Orbega, um den Ingenkor Ich weh durch Klopp, denn wir sind Költsche, Költsche Und da ist, was du kriegst, wenn du bei uns bist Wenn du bei uns bist, ma sind gefährlich, ehrlich Und wir sind auch echt, wie das Költsch in unserer Flech Denn wir sind Költsche, Költsche Und da ist, was du kriegst, wenn du bei uns bist Wenn du bei uns bist, ma sind gefährlich, ehrlich Und wir sind auch echt, wie das Költsch in unserer Flech Was ich hier? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Fasten leer um Aldermatt, Gehe Club und Vater da, Wir tanzen in der Meieren, Kölner Lichter jägen so ne Schien, In der Kölner Arena steh'n, Wir wollen eure Hände seh'n! Da krieg's ich immer Weger Und in meinem Kopf Ich werd' bekloppt Denn wir sind Kölnchen, Kölnchen Und alles, was du kriegst Wenn du bei uns bist, Wenn du bei uns bist, Was sind gefährlich, ehrlich? Und wir sind auch echt Wie der Kölsch in unserer Fläsch Was ich hier? Oh, 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 oh! 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 Musik Musik Deutschunterricht, das war nix für mich Denn mein Spruch, die Job wird doch nix Sprech heute und lich, hätte man mir gesagt Die Zeugnis, das wird keine Hit Ich sprech doch nur, wegen der jene Spruch Wusst nicht, was er von mir fügt Ja, weil ich sagen darf, froh, froh, kein Denn ich bin nur ne Kölnche Jung Und wie hätt's, dann lebt man auf der Zoo Auf der Straße hab ich mit Spruch geliert Und jedes Wort wie tätowiert Und mich hört zu Ich bin ne Kölnche Jung Ich bin ne Kölnche Jung Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lautst du so eine Klatsche, ob die Basse ist, oh! Wunderbar! Denn ich bin nur eine Röschelung Und wie hätt's dein Lieber unten zuh? Denn ich bin nur ne Mönche jung Und wie hätt's dein Lieber unten zuh? Dein Lieber unten zuh? Wir bedanken uns für die Einladung, feiern doch schön, bleibt allgesund, bis zum nächsten Mal! Ja, liebe Freunde, was für eine tolle musikalische Leistung! Ja, Brings ist einfach das Feinste, was Kölsch Rock zu bieten hat! Köln! Ja! Brings! Ja! Festkomitee! Ja! Herzlichen Dank! Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, 200 Jahre Kölner Karneval ist, glaube ich, der richtige Anlass, Ihnen den Neunertanz zu präsentieren! Ja, meine Damen und Herren, hier auf der Bühne sehen Sie ein sehr seltenes Bild! Denn Köln hat neun Traditionschors und die Tanzpaare stehen in dieser Jubiläumssession 200 Jahre Kölner Karneval gemeinsam auf der Bühne! Applaus Ja! 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 Musik 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 Was für eine tolle tänzerische Leistung, was für ein tolles Bild. Herzlichen Dank und gewähren Sie unserem fantastischen Neunertanz einen Ausmarsch durch Ihre Mitte. Danke schön. Ja, liebe Freunde, ich darf euch jetzt eine Musikgruppe ankündigen, die seit elf Jahren schon im Kirchenforst der Leer unterwegs sind und jedes Jahr tolle neue Melodien uns kreieren. Hier kommt Lupo! Musik 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 Und Achtung! Musik Musik Ce Das quelque Antwort für die Zwiebeln ist lieb, und das Kölnische Wort für Bürgers Auswahl ist dower compliment, und das Kölnische Wort für Regenstirn ist etwas anomathi, Und unser Lieblingsröntchen ist Salah Und Röntchen für alles für Wort, nur für die Liebe nicht Für alles sah ich nur Plan B, nur für die Liebe nicht Für die schocken einsame Insel, nehm ich drei Sachen mit Nur Fußballer an der Grund, natürlich nicht Könnt ihr denn für alles ne Wort, nur für die Liebe nicht Und jetzt seid ihr dran, für alles sah ich nur Plan B Nur für die Liebe nicht Schön Möde ich auch in einsamer Insel, nehm ich drei Sachen mit Für Fußballer an der Grund, natürlich nicht Und Röntchen für alles ne Wort, nur für die Liebe nicht Für alles sah ich nur Plan B, nur für die Liebe nicht Für die schocken einsame Insel, nehm ich drei Sachen mit Für Fußballer an der Grund, natürlich nicht Und alles Na 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 nana Möde ich auch in einsamer Insel, nehm ich drei Sachen mit USA Die Fußballer haben doch rot, natürlich dich, die sucht dann eigentlich dich. Danke schön! Trainer von Hetze, Pöller! Lupo! Festkomitee! Herzlichen Dank, tschüss! Ich darf euch jetzt ankündigen, einen Redner, und da weiß man nie, ist es eine Person, sind es zwei Personen. Hier kommt Klaus und Willi! Lovend! Nein, wie man hier richtig sagt, fasste Lovend zusammen. Ja. Und du? Ich gehe davon aus, dass du auch noch was sagst. Äh, wieso? Ja, was man hat sagt zur Begrüßung. Wenn es bei euch zu Hause an der Tür klingelt und du machst auf, was ist das Häufigste, was du da hörst? Kannst du Paket annehmen für den Nachttag? Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Ja, ich entschuldige dich, ich bin noch ein bisschen angeschlagen von gestern Abend. Was war gestern Abend? Da haben dich drei Kerle fertig gemacht. Drei gegen einen? Ich hatte keine Chance. Hast du den Namen gemerkt? Ja, Johnny Walker, Jim Dean und Captain Morgan. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe mich schon gewundert. Nein, tatsächlich, sein Vater hatte gestern Geburtstag. Ihr wart irgendwo essen, ne? Ja, beim Spanier. Und, wie war es? Peinlich. Wieso? Irgendwann schreibt mein Vater quer durch die Hütte, ey Kellner, die Suppe ist eiskalt. Ich sag, Papa, das ist Gastacho. Oh, sagt er, Entschuldigung. Ey, Gastacho, die Suppe ist eiskalt. Ich muss mich immer wieder entschuldigen. Das ist halt das Problem, ne? Der hat eine große Klappe, der ist nicht ausgelastet. Er schaut allerdings auch sehr viel Fernsehen. Ich guck nur Dokus. Hast du dir die Weltmeisterschaft angeschaut? Nee, ich hab Weihnachten gefeiert. Ich weiß nicht, gab es überhaupt irgendeinen Fußballfan in Deutschland, dem es gefallen hat, dass in der Weihnachtszeit WM war? Ja, den Schalkern. Wieso den Schalkern? Zwei Monate lang kein Gegentorten. Willst du bitte ein bisschen aufwählen damit? Entschuldigung. Aber tatsächlich, das Schlimme ist, so redet er auch mit seinen Mädels. Ich muss es leider so sagen, er hatte schon mehrere Freundinnen, keine ist länger geblieben als ein paar Tage. Ich hatte immer ein bisschen Pech mit den Frauen. Meine erste Freundin war älter als ich, die hat mich verlassen, weil ich zu wenig Geld hatte. Hast du ihr nicht verraten, dass du einen stinkreichen Patenonkel hast? Doch, und? Jetzt ist sie meine Tante. Aber du hast jetzt eine Freundin, ne? Ja. Hat die nicht nächste Woche Geburtstag? Ja. Dann gebe ich dir einen Tipp. Schenke ihr genau das, was sie sich wünscht und du hast gewonnen. Ja, das ist ein Problem. Sie wünscht sich einen Push-Up-BH. Und du weißt jetzt nicht, was ein Push-Up-BH ist? Doch, sicher weiß ich das. Das ist so was Ähnliches wie eine Schiffstüte. Schiffstüte? Ja. Dann öffnen und denken, was ist das denn? Ist ja noch halb voll. Und wo ist dann das Problem? Ich kenn ihre Größe nicht. Mein Gott, dann schnapp dir einen BH, wenn sie nicht da ist. Da ist hinten ein Schildchen drin. Kenn ich von meiner Mutter, siehste. Und da ist eine Zahl drauf. Das ist der Brustumfang. Ja, und dann ist da noch ein Buchstabe. A, B, C und so weiter. Das ist die Körbchengröße. Was? Ich schweiß dich weg. Was ist los? Meine Mutter hat unterschiedlich große Brüste. Ist das so? Ja, bei ihr steht drin C und A. Ich bin zu alt. Ich merke das auch im Alltag. Gestern in der Küche. Mir fehlte eine Zutat. Ich geh runter in den Keller, komm unten an und wusste nicht mehr, was ich da wollte. Das ist nicht lustig. Das ist peinlich. Och, mach dir nichts raus. Das passiert anderen auch. Anderen? Ja. Joachim? Das kannst du toppen, ne? Der Joachim? Ja, der hatte im Oktober einen Termin in der Autowerkstatt zum Reifenwechsel. Und den hat er verpennt. Nee, aber weil so schönes Wetter war, ist er den Fahrrad hingefahren. Kannst du dich bitte etwas zurückhalten? Ein bisschen mehr Respekt. Der Joachim ist hier seit Jahren Sitzungspräsident. Oh, toll. Mein Gott. Wie bist du denn an den Posten gekommen? Nach unten getreten oder nach oben geschlafen? Vorsicht, der Mann ist Anwalt. Ach, er hat es eingeklagt. Nein. Nein, er kann einfach gut reden. Ja, reden kann er. Da stehen sie. Zu Weihnachten standen bei ihm vor der Tür zwei von diesen Zeugen Jehovas. Da hat er eine halbe Stunde mit denen diskutiert. Und als sie wieder gingen, waren sie Atheistenmitglieder in seiner KG und haben noch den Müll mitgenommen. Zack. Ganz ehrlich, wenn man sowas hört hier. Da denkt man, das ist die Generation, die mit der Cannabis-Legalisierung klarkommen soll. Cannabis. Ja, falls du das nicht weißt. Cannabis wird im Moment in Deutschland wohl von Medizinern verschrieben. Ja, von den sogenannten Kifferorthopäden. Und das ist auch die Generation, die das mit dem Gendern hinkriegen soll. Ach, da ist es wieder mein Lieblingswort. Gendern. Es geht um Gleichberechtigung. Dass wir die Frauen endlich mal in der Anrede vernünftig berücksichtigen. Wir sagen MitgliederInnen. MitarbeiterInnen. In den Nachrichten heißt es liebe ZuschauerInnen. Das lachen wir in Nordrhein-Westfalen doch schon lange. Ehrlich? Ja. Ah, in Ruhrgediet hat man immer schon Sätze gehört, die, das ist der Anita, ihr sein Auto. Ich sage, der macht mich wahnsinnig. Ganz ehrlich. Und ich mache mir wirklich Sorgen um seine Zukunft. Warum? Ja. Sag den Leuten mal, was du beruflich machen willst. Ich will Medizin studieren und Arzt werden. Arzt. Notarzt. Auf dem Krankenwagen sitzen und mit 180 durch die Innenstadt rettern. Nee, 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 nee. Das machen die nicht immer? Nein. Nein, weil es gefährlich ist. Wie gefährlich? Ja, bei uns in der Siedlung ist letztens jemand von einem Krankenwagen angefahren worden. Ja, das nennt man Neukundenakquise. Warum? Nein. Da musst du dich zuschen. Warum gehst du nicht einfach in die Pflege? Pflege? Ja, in der Pflege werden händeringend Leute gesucht. Sodass die jetzt schon Seiteneinsteiger beschäftigen. Was ist das denn? Das sind Leute, die mal einen anderen Beruf gelernt haben und die umgeschult werden. Ach, die kannst du alle vergessen. Da uns im Krankenhaus wurde eine Stelle schon dreimal neu besetzt, nur Kranken. Was heißt das? Ja, der Erste kam aus der Hotelbranche. Der hat zu den Patienten immer gesagt, Frühstück ans Bett kostet extra. Der Zweite war Ausbilder bei der Bundeswehr. Der hat um sechs Uhr die Türen aufgerissen und geschrien, in drei Minuten will ich hier keine mehr im Bett sehen. Zack, 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 zack. Aber der Bekloppteste war der Dritte. Der hat früher bei DHL gearbeitet. Und wenn die Patienten sich geweigert haben, ihre Tabletten zu nehmen, hat er die einfach der Nachdarn eingeworfen. Sieh doch mal zu, dass du fertig wirst. Was? Du sollst zusehen, dass du fertig wirst. Warum? Mir gefällt es hier, das ist schön, aber wir müssen trotzdem gehen. Wieso? Weil es weitergehen muss. Ich will noch nicht gehen. Du musst aber gehen. Ich kleb mich an der Bühne fest. Nein, du sagst jetzt auf eine nette, elegante Art und Weise Dankeschön. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre dieses Lied. Nein, ich finde es gut. Ganz im Ernst, ich habe das nicht verstanden, warum dieses Lied im letzten Jahr so erfolgreich war. Also hier in Köln haben sie schon eine Spezialversion. Hier in Köln singen sie. Wir sagen, du kannst gehen. Das ist Herr Kardinal Woelki. Du hast bei uns gar keine Freunde. Vorsicht. Wieso? Ja, ich muss den Hintergrund erklären. Er war tatsächlich bei dem legendären Gottesdienst im Dom dabei. Ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen. Gottesdienst im Dom. Zehn Messdiener haben plötzlich dem Woelki demonstrativ den Rücken zugedreht. Ich musste so lachen. Wieso? Einer von denen hat noch die Mikrofonanlage sabotiert. Und damit die Leute das merken, hat der Woelki ganz laut gerufen. Mit dem Mikrofon stimmt was nicht. Hat die Gemeinde geantwortet. Und mit deinem Geiste. Es war uns eine Ehre, heute dabei gewesen zu sein. Euch allen noch einen traumhaft schönen Abend hier in Gürzenich. Danke und Tschüss sagen Klaus und Willi. Auf Klaus und Willi Dreimer von Hetzelkölle. Klaus Rupprecht. Auf Klaus und Willi Dreimer von Hetzelkölle. Klaus Rupprecht. Auf Klaus und Willi Dreimer von Hetzelkölle. Klaus und Willi Dreimer von Hetzelkölle. Klaus und Willi Dreimer von Hetzelkölle. und sie bringen Lebensfreude, kölsche Lebensfreude in jeden Winkel unserer Republik. Freuen wir uns auf die Höhner! Einen wunderschönen guten Abend, Lev Jäcke. Geht's euch noch gut da unten? Das ist wunderbar, endlich wieder Fastelabend. Vielleicht habt ihr's schon vernommen, die Höhner haben weiblichen Zuwachs bekommen. Unsere tolle Prinzessin, pass up, pass up, Prinzessin! Das Krokodil will nicht fressen. Du stehst am Rotté mit den Schmettern ins Flügel. Und all die Typen, die von dir sind kaum noch zu Zügel. Das wär's am Lug, ob die der Kutte und ob der Zombie Donne will, hätt' er kaum als Vertrieb. Oh wie, ich will nicht, dass du jetzt nehmst. Das Krokodil will nicht fressen. Das Krokodil will nicht fressen. Das Krokodil will nicht fressen. Ich will nicht fressen. Ich will nicht, dass du jetzt nehmst. Ich will nicht, dass du jetzt nehmst. Du bliebst bei mir. Ihr alle kennt die Situation, egal aus welcher Himmelsrichtung man Richtung Köln fährt, er strahlt immer am Horizont die wunderschöne Silhouette unseres geliebten Doms. Dieses Gefühl haben wir natürlich in einem Lied eingefangen, was wir jetzt für euch spielen möchten. Denn ich denke, jeder Einzelne hier in Gürzenich hat diese eine schönste Straße, die nach Hause führt. Die schönste Straße auf Minger Reis, die führt nach Huss. Ich war in Rom und in Paris. Mich driefet fern wie dahin, wo de Welt am Enges. Ich will de Huss, han gesögt no'm Glück. Doch irgendwann trocket mich dann wieder zurück. Und jedes Mal, wenn ich der Dopp vom Weg im Saar, han ich gewusst, der schönste Straße auf Minger Reis, die führt nach Huss. Ich handel welches Sinn, komm nirgends an. Ich fuhr mit dem Rucksack voll und drüben vor der Ozean. Ich fuhr mit dem Rucksack voll und drüben vor der Ozean. Und jedes Mal, wenn ich der Dopp vom Weg im Saar, han ich gewusst, die schönste Straße auf Minger Reis, die führt nach Huss. Die schönste Straße auf Minger Reis, die führt nach Huss. Die schönste Straße auf Minger Reis, die führt nach Huss. Die schönste Straße auf Minger Reis, die führt nach Huss. Vielen Dank. Liebe Freunde, die Höhner seit 50 Jahren Glanzlichter im Kölner Karneval. Drängmau von Henze Köln. Die Höhner. Festkomitee. Herzchen Dank. Ja, liebe Freunde, wir erwarten jetzt das Kölner Dreigestern 2023. Herr Röntgenlisch. Ja, liebe Freunde, 200 Jahre Kölner Karneval. Und ich darf Ihnen die Drehensführstelle in der Mitte. Seine, seine Tollität, der Kölner Prinz Boris der Erste. Boris Müller. Nur ein einzig Mal Ein schmuckter Prinz im Karneval Dann würdest du Prinzessin mein' Das wär' so schön, um wahr zu sein. Das wär' so wunderschön Das wär' so wunderschön Das wär' so schön, um wahr zu sein. An seiner rechten Seite Die Symbolkraft der Wehrhaftigkeit unserer Stadt Unser lieber Kölner Bauer Marco, Marco Schneefeld Lalalalalala Lalalalalala Beninberg, das kommt auf Urlaub der Lanz Ja, und das schönste verwahrt man sich natürlich für das Ende auf Und unser lieber Andre Fahnenbrook hat gesagt Welchen schönen Namen nimmst du als Jungfrau? Und da hat er sich natürlich die Gründerin unserer Stadt ausgesucht Der Agrippina Unsere Jungfrau Agrippina Alle Fibli Penzi live faste Laubensjecke live faste Laubensfründe live Märje, live Junge him cute何 Heim an ner Flimmerkiss Hi stehtet jetzt zum letzten Mal ashes Ыr Kölsches Draie stehen 2023 Wir freuen uns, wie ich noch bei euch zu sehen oder bei der Heymann der Flimmerkiss, denn wir haben gesehen in der letzten Woche und morgen, was wir vermissen haben. Unser Fastelabend ist zurück in unserer Stadt und endlich können wir sagen, es ist wieder Karneval in Köln. 200 Jahre Kölner Karneval auf kürz oder quer, das ist aktuell noch das Motto. Und wenn wir gesehen haben, wie die Kölnerinnen und Kölner in den letzten Wochen dieses Brauchtumsfest wieder gefeiert haben, dann wissen wir drei eins ganz gewiss, dass unser Fastelabend auch die nächsten 200 Jahre überstehen wird. Unser Fastelabend wird niemals Ungerjohn. Zu unserem Fastelabend gehört natürlich auch die Rede. Und wir möchten heute Abend an einen Redner Jams besonders erinnern, der dieses Jahr bereits seinen 10. Todestag hat. Die Rede ist von Hans Hachenberg, der Doof Nuss. Und ich darf Sie bitten, für einen kurzen Augenblick zuzuhören. Und wir lassen Hans Hachenberg noch einmal heute Abend zu Ihnen und zu uns kommen. Als meine Mann und meine Papp frisch vor Herod war, Da hatten Sie die erste Wohnung am Bahndamm. Jede Morgen halver sechs Flog bei denen am Schloffzimmer finster der Schnellzug Paris-Nippes vorbei. Da flogen sie beide so hoch an der Deck. Der Papa sagt immer, da war zu früh für oben zu stehen und zu spät für noch ins Insel schlaufe. Der Erfolge, jetzt sind wir abends. Der Papa sagt, das hört mir jetzt immer ab. Auf morgen schlaufe ich um Speicher. Da sagt der Mama, jo, die Idee. Wenn du meinst, das hat jetzt nichts, komm ich mit. Hätt aber nichts genützt. Mir müsse noch drei Rate an der Hebamme bezahle. Dann gehört der Kleinste auch uns. Letztjahr Weihnachte wort schön. Min Schwester Ludmilla hätt neuer Heißhösje krähe. Dem Opa ham hat Luftkissen neu upgeblase. und ich wollt ein Fahrräder haben. Krise nicht, sagt der Mama, ist zu dir. Wünsch da jetzt anderes. Ich sag, Mami, dann wünsch ich mir mit dir einmal Mama und Papa zu spielen. Jung, da darfst du. Ich der Treppe rup hier jange in et Schlafzimmer. Ich dem Papa singe neue dürre Anzug angetrocke. Ich der Treppe rauf. Ich sag, Frau, trägt der jetzt an, mir johne dem Jungen e Fahrräd gekaufe. das ist der Treppe rup. Endete dann von Hans Hachenberg mit dem legendären Ausspruch, martisch im Löffel, stets viel Freude und niemals verdruss, da zet ich von Hetze ühe Dusfnuss. Und dieser Satz ist über 70 Jahre alt und der passt wie kein zweiter so wunderbar herrlich auch in die heutige Zeit. Verdruss, dat mache der Drusse, ein paar Jäcke, ein paar Bekloppte. Wir Kölsche machen uns circa ein paar Wochen endlich wieder viel Freude im Fastenleer. Und dat ist dat, wat wir vermissern. Schön, dat wir höchofend bei Ihnen und bei Euch sehen dürfen. Eben, neben der Rede und den Tanzgruppen und den Traditionskurs und den Bands gehört natürlich auch die Kölsche Mundart und die Kölsche Lecce d'Otzo. Und gerne präsentieren wir Ihnen jetzt ein weiteres Medley des Kölner Dreigestirns, der Session 2023. Musik, bitte ab. Verdammt lang her, dat ich fass alles ernst nomm' Verdammt lang her, dat ich an Jäcke glöd' Und dann der Schock, wie dann das Ob nicht so komm' Merkwürdig hoch, so manche Hasslern-Mülf Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert Bis hier jetzt, hab ich kapiert Übersetzung der Session 2023. Überallt lang her, fordammt lang her Fortabipend her, fordammt lang Fortabipend her Verlangen her, verdammt her, verdammt her Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Auf die Lüge, auf das Leben Auf die Freiheit Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020